weil es terroristen sind in ihrer meinung nach aber ist okay okay ist eine frage werden die ersten anschläge werden die ersten anschläge auf diesen boden verübt wer hat die ersten anschläge auf diesen boden verübt die hamas als einzige lösung die scharia auf dem gesamten boden von jordanien da drüben sagt dass die hamas sagt so aber die hamas ist nicht die bevölkerung von palästina das ist mit uns wissen wieder leben bei der palästinensischen bevölkerung hast du eine repräsentation von 89 pro scharia und das ist eben das große problem wie willst du mit jemanden verhandeln der von vornherein sagt laut scharia seid ihr unterworfen ihr lebt und unter unserem gesetz aber wie schon gesagt ich habe eine andere frage an dich was weißt du historisch über hamad massud und was weißt du über mahmoud husseini weil sie haben ja auch sehr kritische sachen an die für bevölkerung gebracht und die bevölkerung palästinas hat sich für das was für was sie kämpfen wollten ja belobigt sie haben die ja gefeiert dafür dass die sprüche brachten wie israel ist ein juden sind ein krebsgeschwür in unser land war ein krebsgeschwür in unser land das sagt doch auch die bibel die bibel sagt doch das gleiche über juden juden wurden seit jahrhunderten verfolgt in europa und ich habe eine frage immer nicht beantwortet bekommen wer hat die ersten anschläge in hat den moment es war die 1920 anschläge auf engländer und araber das könnte nachgucken ja ja die hagana hat was damit zu tun gehabt aber ich war jetzt hat ja sie hat das verursacht aber ich war jetzt noch eine diskussion mit cementer bezüglich mahmoud husseini ja und über harud und das ist wenn du jetzt von entideologisierung sprichst dann müssten wir auch die panarabischen themen husseini hamid mahmoud und so weiter 1979 auch mit in diesen schulungsprogramm aufnehmen schau mal mit den programmen was das angeht da müssen sich auch mit experten beschäftigen wie gesagt wir selber wir können von unserem standpunkt aus nur unsere meinung beziehungsweise teile von dessen sagen wichtig ist im endeffekt dass solche programme im nachhinein von politikern ausgearbeitet werden müssen beziehungsweise von unabhängigen organisationen wo jetzt nicht irgendwie eine interessensgruppe bevorzugt und die andere benachteiligt wird ansonsten hast du keine akzeptanz da drin das heißt wir müssen schauen dass wenn solche programme ausgearbeitet werden geschaut wird okay wo wird die eine seite in bedingungslosem hass gegen die andere seite aufgestattet und wenn das bei der anderen seite der fall ist und bei der anderen da musst du natürlich gucken solche sachen müssen dann auch mit reingebracht werden klar wenn das neutral bedingt ist dann kann das natürlich auch rein aber das muss in einer in einer versammlung im nachhinein ausgearbeitet und dann auch gesprochen wenn damit akzeptanz wird aber dazu müssen ja die leute ihr land zurückbekommen schau mal kennst du die aktion land for peace von israel ja die wollen die nach jordanien aus abwandern lassen land for peace war damals gewesen israel hat einen teil seines territoriums aufgegeben um das den palästinensern zu geben so danach als die israelischen siedler abgezogen worden sind hat palästina und die anderen staaten mit raketen angriffen auf israel haben die das gemacht das heißt wenn du als israel land abgibst du weißt aber auch genau dass die andere seite je nachdem mit gewalt agiert wie willst du dann sagen okay wir geben jetzt land ab wir sagen hier wir geben euch mehr platz zum leben ohne denn zu bitten dass die andere seite mit gewalt reagiert das ist nämlich auch eins der themen das problem ist einfach frieden kannst du jetzt auch gar nicht erst mal geben dafür müssen erst mal zwei drei generationen heranwachsen weil jeder der jetzt erlebt hat jemanden verloren in diesem krieg das ist schon so viel hass in sich und wie gesagt wenn man frieden möchte muss man sich an den un teilungsplan halten ich meine die die welt hat mir zugeschaut wieder ein ganzes land anaktiert wird und ihr könnt mir sagen was ihr wollt das was den juden damals widerfahren ist ist grauenvoll keine frage holocaust brauchen nicht drüber zu reden aber sie tun das gleiche gerade einem anderen folgt an die bauen ghettos die bauen mauern die vertreiben die schießen kommen gasastreifen die leute können nicht fliehen ich habe einen freund erlebt da drinnen der hat einen deutschen pass der kommt nicht raus er kommt nicht aus dem gasastreifen raus da wird bombardiert ihr könnt euch die videos angucken instagram und ihr redet hier von frieden guckt euch mal die leichten da drüben im gasastreifen an das sind kinder und frauen keine hamas kämpfer mein herz tut weh wenn ich das sehe habt ihr nicht herz ein bisschen das ist grausam grausam und jetzt vergleichbar die todeszahl auf beiden seiten da werden wir sehen wer die macht ist und schon mal da muss man sich noch unterstützung von amerika wir sind doch entschieden dagegen dass kinder sterben dass frauen sterben wir sind doch auch gegen die ist gegen israelisches bombardement was sich gegen zivilbevölkerung richtet oder wo zivile opfer dazu beklagen sind da sind wir doch dagegen das ist absolut grausam das befürwortet niemand und ich befürworte das schon mal gar nicht aber man muss auch einfach beides sehen dürfen man muss sehen dürfen dass die hamas tatsächlich terror seht und auch keinen frieden möchte genauso wenig wie die israelische okay hast du recht aber das gleiche macht auch die rechte siedlerpartei und bei der minata genau deswegen muss man einfach auf beide seiten gucken und muss einfach sehen wie kann man da zu einer lösung kommen und im moment sieht es sehr düster aus für eine friedliche lösung ist vielleicht es tut meiner meinung nach ist wird da keine lösung geben und es wird echt extrem eskalieren spätestens wenn jetzt die bootoffensive durchgeführt wird wird ja dann wird sich iran und auch syrien eingreifen und ich glaube tatsächlich china ist tatsächlich im aufschwung aber die werden sich schön zurückhalten weil china tatsächlich sich gerade auf hier wie heißt das ost nicht ostasien doch auf hier auf die vier wagen meinst du nein ich meine china konzentriert sich tatsächlich gerade auf taiwan und das südchinesische meer und so da ist tatsächlich die haben da china hat da gerade ein konflikt der da hoch kocht den sie da wo sie größeren interesse ich glaube china hat kein interesse daran sich in den aus konflikt tatsächlich einzumischen weil sie ihre ganze energie brauchen für im südchinesischen meer mit taiwan den konflikt der wahrscheinlich bald kommen wird was leider sehr traurig ist aber was einfach so ist ja ich hoffe einfach ich hoffe einfach dass es nicht dazu kommt und leider leider sieht man wenn man sich die fakten anguckt wird es leider dazu kommen also man muss sich nur anschauen was da gerade jetzt wieder passiert ist ich frage mich auch echt wozu die bodenoffensive wozu da lebt über 2,3 millionen menschen und die könnten nicht sagen dass der 2,3 millionen hamas kämpfer sind darf ich darauf antworten da kommen wir zu den ökonomischen interessen was das angeht es kann gut sein wie gesagt das muss man natürlich verifizieren aber es ist nun mal der fakt dass israel mit das israel beziehungsweise mit ägypten und gaza damals ein gas abkommen machen soll weil vor der küste von von gaza ein riesen öl ach sorry ein riesen äh gas vorkommen vorliegt so da kommen wir nämlich zu den ökonomischen interessen jetzt weil da kann es auch von israels seite sein dass sie jetzt sagt hier weil fakt ist der gaza streiten wird nach dieser bodenoffensive nicht mehr so existieren wie er vorher existiert hat das ist und danach wird man sehen was danach noch ich sag mal palestinensisch land ich vermute dass das land danach israelisches land sein wird von netanyahu von der regierung von netanyahu aus deswegen sage ich ja die eine seite die israelische seite ökonomische ist nicht unschuldig was das angeht deswegen müssen wir jetzt gucken wie sind die entwicklung und darauf wenn es jetzt natürlich darum geht dass israel dieses land gaza für sich jetzt wieder haben will weil es eben dadurch ökonomische vorteile hat und weil es verträge einhalten muss dann ist das ganz klar dagegen dem entgegen zu sprechen wir müssen dabei aussehen dass die hamas von dem geld was sie aus den gas vorkommen von der pipeline hätte dass die davon wahrscheinlich raketen kaufen würde um israel weiter zu bombardieren deswegen das ist ein hoch komplizierter prozess und wenn ihr das hinterfragen aber darf ich was fragen wenn israel bomben abwirft ist das verteidigung richtig okay aber so hört sich das an und jetzt mal guck mal wenn hamas sich verteidigt ist es terrorism muss aber muss immer bedenken die hamas wurde demokratisch gewählt und die anschläge sind nicht schon immer gewesen vor hamas hat israel schon anschläge auf palästina verübt das ist ja auch die historischen fakten manchmal sich pauschal immer verteidigt das habe ich nicht gesagt ich sage dass es oft reaktionen von israel dass wenn hamas raketen rüberschießt als israel damit raketen antwortet um diese raketen zellstellungen zu zerstören so ich sage nicht dass es immer ein verteidigungsakt ist ich sage auch dass israel da sachen macht die nicht in ordnung sind die auch völkerrechtswidrig sind aber ich habe meine frage wer entscheidet denn dass israel nur reagiert und nicht dass israel mit diesen aktionen begonnen das macht der beste das macht der westen und genau auf jüdischen medien im westen genau wer entscheidet das hier ist heißt immer nur ich sag nur dass israel reagiert ist leute ich muss ganz kurz einhaken ich will nur ganz kurz sagen ich muss jetzt gleich weg zu meiner schwiegermutter essen deswegen alles gut danke 15 minuten guckt dass sie jetzt in 15 minuten quasi jeder noch was sagt zum ende vielleicht machen heute abend noch mal müssen gucken oder morgen müssen wir schauen aber guckt dass ich muss jetzt mich kurz fertig machen sagt 15 minuten könnte jetzt noch diskutieren bleibt sachtlich krieg das handy hin und da steht im kommentar auch drin die hamas greift zivilisten an das wissen aber wer sagt das das sagen westlichen medien kommen unsere medien berichten einseitig das ist falsch das sagen nicht die westlichen medien wir haben das kann von haretz vom israelischen ministerium welkommen die hamas greift zivilisten an wir wissen dass aus eigenen ausnahmen von bodycams die die hamas an hatte als sie in das israelische gebiet am 7 rhein ist die hatten bodycams an und haben in zivile gebäude reingeballert ok meistens weil er da bringt in den siedlungen weil sie über den siedlungen von der presse sichtler wo der presse sichtler wo sein hat an seinem twitter account einen einen bombenanschlag seitens israel in palästina von einem wohnblock gepostet und hat darüber geschrieben weiter so ich sagte ich kann noch viel mehr sagt auch mit dem krankenhaus dieser minister wie heißt er nach einem jahr ravini oder der hat auch gepostet vor dem anschlag auf dem krankenhaus mit der bombe hat er gepostet richtig so im gaza streifen ist ein krankenhaus da sind hamas versteckt da waren über 500 zivilisten die zuflucht gesucht haben da war eine christliche kirche mit zehn toten christen die da jetzt liegen das wird alles nicht in den medien erzählt das ist nicht so weit du hast eine raketenstellung die dauernd raketen von dort aus richtung deinem land schießt und du weißt du hast von der batterie nicht unendlich viel platz um diese raketen abzuschützen so jetzt ist die frage du kannst da nicht einfach vom militär rein und kannst einfach sagen hier wir machen die militärstellung jetzt vom boden her platt sondern du musst gucken okay wie kannst du diese stellung schnellstmöglich weg machen damit nicht von dort deine eigenen zivilisten getroffen werden also erst mal darf israel sofort da rein weil es ist ein besetztes besetztes land israel darf boden offensive sofort machen ja also die frage ist nur ob der westen dazu stimmt und das mitmacht aber wenn man ein kummer wir reden hier von dem besten militär weißt du was was für waffen die besitzen die israelis die können präzise wenn sie wollen einen einen vogel abschießen genauso wie mit der mauer die die hamas angeblich über überrannt hat er ist die beste überwachteste grenze die es gibt auf der welt da kann eine taube nicht mehr drüber fliegen über die grenze ohne gesehen zu werden ja auch beantwortet werden da stimme ich dir vollkommen zu die frage wie die hamas überhaupt auf das territorium gekommen ist das sind fragen die beantwortet werden müssen die noch offen sind und wo man auch von einer neutralen seite aufklären muss die weder pro israel dankeschön da hast du recht aber israel lässt keine neutrale firma egal was rein um zu gucken wer die rakete abgeworfen hat es darf keiner rein in gas und keiner raus es darf keine untersuchung gemacht werden warum denn und was ist denn mit den chemiebomben die israel eingesetzt hat den postverband treffen was wir wollen damit treffen wen wollten die damit okay von den postverband weiß ich jetzt nicht ich weiß aber was im internet das meine ich ist einseitige berichterstattung das ist so traurig wir müssen auch andere seiten sehen postverband sind wenn sie eingesetzt werden unglaublich menschenrecht das menschen gegen menschenrecht und trotzdem schon gesagt dass ist das gemacht hat das ist einfach genauso wie sie den menschen wassernisieren strom am schwere entziehen das ist ein fakt da brauchen wir nicht drüber diskutieren und da muss man auch nicht sagen wir müssen erst mal betrachten und man muss sich erst mal angucken warum und weshalb was ist das für ein bewusst eure menschlichkeit und man muss klarstellen wir sind nicht gegen juden oder sonst irgendwas ich bin gegen die israelische regierung und diese rechte siedler partei und das war dagegen zu tun das hat mich überhaupt nicht 0 0 mit religion hat leider schon zu tun aber man kann sagen das ist jetzt man kann schon sagen dass man jemand beurteilt beide seiten man kann sagen man beurteilt eine regierung die zivilisten bombardiert und man kann sagen hier diese konflikte müssen eben weil sie so komplex sind von einer neutralen seite aufgearbeitet werden die frage ist jetzt wer soll diese neutrale seite sein weil wir haben in der regel dort immer interessens konflikte das muss israel sein aber das muss israel sein weil die markt hat seite du wusstest nichts von den friedensabkommen du wusstest nichts von den forstverbomben und du wusstest auch nichts davon dass israel ägypten und so weiter gedroht hat wenn sie jemand humanitäre hilfe leisten dann über 50 jahre besatzt du redest immer von neutrale quelle neutraler standpunkt du sagst die ganze zeit du bist neutral aber es tut mir leid du bist nicht neutral nein deine deine information die sind nicht neutral darf ich dir darauf antworten natürlich natürlich angesagt sachen die passiert sind wenn du sagst jetzt hier eine phosphorbund ist passiert wie gesagt das muss müsste ich verifizieren müsste ich nachforschen weil eben du weißt im krieg stirbt die wahrheit immer zuerst so und wenn man etwas noch nicht weiß dann kann man nachschauen recherchieren um sich ein kompletteres bild zu verschaffen so es geht aber jetzt erstmal darum wir haben seit dem siebten diese anschläge auf israel gehabt auf zivilisten wo im namen allahs zivilisten geschlachtet worden sind das ist fakt so und jetzt ist eben der grundsatz zu zeigen ich habe bis heute nicht diese videos gesehen wo leute geschlachtet wurden gibt ein raw footage hamas israel gibt das in youtube ein und dann findest du das sofort das ist ein zehnminütiges video das ist von den bodycamps der hamas selber okay ich schicke ich später mal videos ja auf deine privatnachricht wenn das geht schicke ich über videos wo die hamas videos veröffentlicht hat ja wo die zivilisten mit den leuten reden wo die den zivilisten essen geben trinken geben wo die den kindern spielen ich kann die videos gerne mal schicken den israelits oder der palästinens schicken wo die hamas die hamas mit den geiseln spielt den kindern essen gibt trinken gibt ich kann ihnen das zeigen da reden ein geisel aus israel redet und sagt ja das ist nicht so wie die es hinstellen ich wurde gut behandelt hier sehen sie meine kinder am essen trinken bekommen mein sohn war langweilig der hat eine spielkonsole bekommen ein gameboy sowas in der art ich kann die videos gerne schicken ich glaube dass der erste punkt ist erstens die wurden entführt und wir wissen genau dass viele dieser geiseln auch nachdem sie entführt worden sind getötet worden wir wissen dass wir wissen dass von einer 80 jährigen oma und von einem von einer 13 jährigen frau von einem 13 jährigen mädchen die mit der verwandt werden die getötet worden das ist bestätigt so wir wissen du musst aber auch aufpassen was davon ist propaganda weil stell dir mal vor du bist so jetzt heißt propagand als was der westen alles sagt ist 100 prozent war aber wenn wir wissen und das ist aber auch wir wissen aber auch dass das mit den 40 babys nicht stimmt aber auch ein weißer hause dementiert ihr sagt ihr sagt woher soll man wissen dass die hamas den waffenstillstand des friedens angebot aufrichtig und ehrlich gemeint habe ohne irgendeine hinter ohne irgendeine quelle ohne irgendwie sagen können ja die haben schon mal was er nicht eingehalten aber darüber dass einfach fake news verbreitet wurden wie wir selbst wie willst du dich an ein friedensvorkommen halten wenn das ja wenn das erste ziel deiner partei die vollkommene auslöschung und die nicht anerkennung des anderen ist wie willst du aber was hat denn bei dem nathaniel was hat denn bei dem nathaniel mit seiner rechten siedlerpartei für ein ziel von theodor herzl kannst du dir nachlesen groß israel vom euphrat bis zum nie das ist die wahrheit ich weiß ich kenne das was ich kenne diese theorie was das angeht ich weiß dass keine theorie die leute leben das aus in israel diese regierung leider ist es keine theorie das ist zionismus das ist krank was diese machen die ideologie ist krank und ich kann jetzt gerne kommentare vorlesen wie die regierung von israel er sagt wie töten die das sind vier menschen ich war mal beweis aber auch ganz genau und wir haben gestern auch ein stream gehabt wo einer eine palästinensische telegram seite geteilt hat und wo genau geschrieben worden ist aus dem koran auch begründet wir kämpfen gegen eine armee von affen und schweinen also gegen juden und die kürzen auf der israelischen bestimmte ich bin konvertierter moslem ich kenne den koran zeigt mir die fähigkeit du sagst du bist konvertierter moslem ja aber auch sag ich mal wenn du jetzt von der islamischen juristik das widerlegen kannst von seiner sinnlichen richtigkeit und von dem was der vers ausliegt es ist ja trotzdem so dass es immer noch gruppen gibt oder radikale menschen die etwas anderes aus dem message im koran und den haditen machen also warum lässt du nicht einfach samenta sein zeugnis zeigen oder kannst du darauf reagieren auch wenn du jetzt sagst du bist nicht der meinung aber bevor jetzt über den koran anfängt kennt ihr die bibel jetzt kannst du quellen bringen von irgendwelchen radikalen muslimen ich kann jetzt quellen von irgendwelchen radikalen juni wo führt das jetzt hin das bringt doch die sache ist also wir haben jetzt vorhin über persönliche zeugnisse in nachrichten channels gesprochen und es ist diese fragestellung ist ja gegeben dem kontext entstanden ich glaube nicht dass wir irgendwo jetzt noch jesuiten gruppen oder irgendwas anderes finden wo man wer sie proklariert wegen einem krieg in einen news channel das haben wir jetzt bei diesen ressourcen in diesem kontext nicht gesehen oder siehst du irgendwo das tram radikalen bibel wer es versucht zu machen und dann zu sagen ja die sollen brennend dass sie ja haben wir ausgebildet was realistische leute aus der partei die zitieren in talmud gibt es gibt es kann der konvertierte ganz kurz also ich habe mich jetzt mal mit gesicht gezeigt es ist natürlich es ist so ich möchte jetzt tatsächlich ich finde diese diskussion muss geführt werden und dies auch spannend ich muss jetzt leider zu meiner schwiegermutter zum essen deswegen alle die hier drin sind ich bitte natürlich habe das bis jetzt habt ihr das ganz gut geschafft dass ihr quasi eine konversation geführt habt die schon ruhig und sagt ich war ohne beleidigung so muss es sein so muss es sein so sollte es sein und das können wir gerne auch später noch mal fortführen ich muss genau gucken weil vielleicht überschneidet sich da was weil auch ein freund von uns auch später live ist aber vielleicht morgen ich danke auf jeden fall allen die hier drin waren moritz moritz du darfst sofort noch du darfst sofort noch aber ich möchte trotzdem trotzdem noch sagen es geht immer darum auch wenn manche auch muslime hier reinkommen und denken ich möchte irgendwie mit irgendwelchen bildern provozieren oder irgendetwas erstmal geht es darum es geht um frieden man muss beide seiten beleuchten und somit kann ich auch genauso gut israelische fahne zeigen wie palästinensische fahne es muss möglich sein in unserem land dass wir kritisch auf alles gucken nicht nur auf eine seite auch auf die andere es ist nicht nur das arme unterdrückte volk genauso sind da bestandteile drin die wo die hammers die terror sieht aber umgekehrt die israelische armee auch die schulen bombardiert und was auch man darf alles kritisch sehen so wir müssen über alles reden dürfen jetzt moritz sagt was zum abschluss und dann gucken wir das war später vielleicht noch mal weil wir wollen das ja alles mit beweisen machen es gibt zwei verse worauf sich berufen wird das ist einmal so bezweifers 65 ihr wisst doch bescheid über diejenigen von euch die sich hinsichtlich des sabbats einer übertretung schuldig gemacht haben worauf wir zu ihnen sagten werdet abgestochene affen das ist der erste punkt worauf sich berufen wird und der zweite punkt ist surah 5 vers 60 sprich sagt soll ich euch von etwas schlimmeren kunde geben im hinblick auf eine gewisse belohnung die frevler aus euren eigenen reihen bei allah erhalten haben leute die allah verflucht hat und auch die er zornig ist die juden haben allahs zorn erlebt aus denen er affen und schweine gemacht hat und die götzen und den götzen dienen die sind schlimmer daran und weiter vom rechten weg abgehört das ist nämlich das worauf sich die hammers beruf und worauf jetzt auch gesagt ist die übersetzung ist es welche übersetzung ist das von wenig die übersetzung ich habe ich habe nein nein ich möchte wissen wer das buch übersetzt hat was du gerade zitiert hast das ist wichtig nicht ich habe fünf versetzungen ich kann dir aber auch eine von emma rasul geben ich kann dir von sehen geben die sagen du bist bevor ihn gegen jeden zu kämpfen bis er bezeugt dass aller gott ist das hier ist von pari es gibt aber ich kann dir die von rastu ist zähne sogar die von dem weg nach mal die ergeben doch die sind alle da kommen da höre ich schon raus dankeschön schier und so was ich bin sunnite ich glaube an den koran taft sie und die stunde und da steht das nicht du kannst mit einem schier und ein ach mal dir gerne das behalten aber unser ist unser islam unser islam zeigt uns weil wir glauben an alle propheten steht im koran selbst der jesus wir müssen alle religionen respektieren und akzeptieren unter dem und dass ich ausreden bitte unter dem osmanischen reich von 1917 haben juden christen und muslime friedlich da gelebt 20 prozent sklaven im osmanischen reich das musste auch okay dann reden wir über die kolonialzeit was wurde mit den afrikanern ist noch nicht mal vor 100 jahren gemacht wer war daran die kisten das waren die kisten aber das waren die kisten punkt aus waren die kisten es waren die weißen kisten es waren die portugiesen und die spanier und franzosen die engländer wer hat denn angefangen portugal mit der zuckerplantage ich habe mich etwas länger mit der geschichte befasst weil es meine vorfahren betrifft weil ich auch weiß was in zinger gemacht hat mit holland und die haben nämlich einen krieg im krieg gestartet weil holland schon über 20 millionen sklaven verkauft hat an schiffen weil manchmal in portugal hat über 20 millionen südafrikanische sklaven und kameruna verkauft und deswegen hat sich in zinger taufen lassen um ein sprachrecht gegenüber den katholischen papst zu haben dass das ja nun biblisch ist was es hat schon einiges gebracht aber es hat die sache nie abgewendet es ist ja trotzdem so weiter gesehen 300 jahre aber es hat zumindest die ursache so schlimm sie war vermindert aber treibende kraft war europa treibende kraft war das gewalt waren waren die christlichen staaten aber die das ist aus ende verhalten ist nicht biblisch gewesen die leute okay aber das ist die kreuzzüge war nicht biblisch die hier in deutschland die kreuzzüge liefen unter dem deck mal hier im mainz das feudalismus nicht durch warte lass mich das mit dem feudalismus erstmal erklären feudalismus bedeutet feudal herrschaft durch könige und fürsten und darunter diesem system hat europa damals gelebt wissen aber dass laut das aus einem jüdischen glauben des christentums entstanden ist und die hatten auch ganz andere lohnregeln und fürsten regeln als uns das mittelalter repräsentiert hat trotzdem sind das fakten und wir brauchen jetzt nicht mit deckmantel meckmantel und so was kommt ok leute christlich geführte kriege aber löwen herz vielen dank dass du mich hoch genommen ihr wisst ja wir kommen jetzt wir kommen jetzt tatsächlich gerade nicht auf einen gemeinsamen nennen es geht ja immer so weiter wir können uns ja dann seine argumente weil er weil er nur von einer religion redet aber muss auch die bibel mal betrachten was für verse da drin stehen gegenüber juden und nichtgläubige oder auch die berlin dazu der arbeiter zitze da ok war das ist eine bibel nicht die luther bibel von 1912 sondern die 66 bücher und ich habe die lösung des schaden aus aufgabe aus aufgabe setz dich an den tisch so ich lade euch das keine herzlichen ein zum nächsten stream dass wir irgendwie gucken dass wir eine lösung hinbekommen es ist natürlich auch so was mir tatsächlich persönlich wichtig ist wir sehen was momentan auf den straßen los ist und ich möchte einfach dass wir als gesellschaft wir deutschen ich als deutscher mit muslim friedlich zusammen leben also dass wir das irgendwie schaffen dass wir friedlich zusammen leben können weil polizisten können da nichts für wenn auf den demos eskaliert wird natürlich gibt es immer polizisten die auch aus durchdrehen das ist keine frage das ist so aber fakt ist das was gerade passiert ist auch nicht richtig man braucht nicht leute angreifen autos anzünden natürlich aus einer sache heraus die vielleicht sogar legitim ist aber was in berlin so in franken genau in berlin ist es so aber wir müssen auch gucken da sind wir uns alle einig und es ist einfach so es bilden sich parallel gesellschaften und das ist so da müssen wir nicht drum herum reden das ist tatsächlich so ich komme auch ursprünglich aus dem ruhrgebiet aus duisburg aus essen und so das sind stadtteile da sind deutsche quasi gar nicht mehr präsent und haben da auch nichts mehr zu melden so und das ist tatsächlich das sind sachen die ich schwierig finde tatsächlich wo man auch drüber reden muss und wir müssen einfach gucken dass wir als gesellschaft wieder tatsächlich näher zusammenrücken und nicht voneinander weg weil es führt zu nichts irgendwann eskaliert es ja alles komplett und das will niemand so und wenn jemand sagt guck mal die deutsche regierung unterstützt israel und keine ahnung was ich und ganz ganz viele andere sind nicht die deutsche regierung die deutschen politiker die jetzt gerade in der regierung sind sprechen nicht für mich die machen die sachen die ich möchte und vertreten nicht meine meinung das heißt ich habe keinen einfluss ist es genauso wie die steuerzahler dass wir millionen deutsche oder alle die hier arbeiten ob ausländer oder nicht alle die in deutschland arbeiten und steuern zahlen beschweren sich darüber wo unsere steuergelder hinkommen so wir haben keinen einfluss darauf weil die mit unseren steuern geldern machen was sie wollen wenn die uns fragen würden würden wir natürlich sagen vielleicht erst mal in die bildung unserer kinder stecken mal ein bisschen die kindergärten schulen dass die leute ein bisschen besser gebildet werden dass nicht so viel kriminalität gewalt aber das machen die leute nicht die schicken das geld ins ausland so aber da können wir natürlich auch lange drüber reden das sind einfach probleme die da sind aber die können wir nicht lösen wenn dann welche sagen ja die deutsche regierung ist für israel und so ich bin nicht die deutsche regierung und ich bin nicht für die israelische regierung und ich bin auch nicht dafür dass was die israelische regierung macht dass sie den gaza streifen so abriegelt dass da keine hilfsgüter mehr reinkommen dass die kinder da verhungern dass dann humanitäre katastrophe sich anwand dafür bin ich nicht dafür ist niemand weil ich für die menschlichkeit bin aber genauso kann ich mich hier hinsetzen und kann verurteilen dass wenn die hamas videos ins internet stellt wie sie frauen und kinder schlachten und sich dabei feiern das hat nichts mit religion also nichts mit ihrem krieg zu tun den sie führen wollen gegen israel weil das ist einfach nur barbarisch und unmenschlich natürlich kann man sagen was die israelis machen ist auch so ist es auch aber man darf beide seiten beleuchten und man muss auf beide seiten kritisch gucken es gibt in einem krieg nicht immer nur eine seite und das ist das was wir machen müssen und wo wir ein bisschen näher zueinander finden müssen ich wünsche euch einen schönen abend und vielleicht sehen wir uns heute abend oder morgen wieder danke dir wünsche ich dir auch ok ein letztes statement bitte letztendlich das einzige was wir machen können ist demonstrieren spenden hingehen und kämpfen oder beten mehr kann aber friedlich demonstrieren wichtig so ist das und genau ganz ehrlich ich sage es euch ich würde mich nicht hinsetzen und würde sagen hier radikale moslems hier passt das zu uns wenn die demonstration friedlich ablaufen würden weil das problem ist auch wenn das wenige sind die gewalt auf den demonstrations machen auf den demonstrationen machen macht es ja quasi die ganze sache für free palästina oder für den legitime unterstützung dass da keine kinder mehr sterben sollen macht es kaputt wenn einige wenige quasi sich da hinstellen und randalieren das macht die ganze bewegung quasi kaputt und da müssen sich die muslimen und palästinenser die auf den demos sind müssen sich entschieden gegen ihre brüder stellen gegen ihre glaubts brüder und müssen sagen wir demonstrieren aber friedlich wenn man nicht friedlich demonstriert dann verliert das die wirkung und natürlich greift der staat dann durch aber wie gesagt aber das machen sie doch in berlin jetzt ein kommentar geben also wer kann ja ein vergleich machen zwischen der demonstration die vor zwei jahren auf den straßen waren und von der demonstration die dieses jahr stattgefunden war und das waren ja zwei oder drei palästina gerichtete demonstrationen vor zwei jahren war es so dass es eine friedlichere demonstration gab und dann gab es halt eine demonstration wo antisemitische worte gesagt worden aber die sind nicht so eskaliert aber bei der zweiten demonstration die vor zwei jahren war hat man gemerkt die wollen sich unterscheiden sie wollen nicht diese antisemitischen dinge sagen jetzt wo das ganze wieder passiert es hat es geschürt und die demonstrationen sind noch schlimmer geworden als die erste demonstration vor zwei jahren so wir haben die verboten wieder schauen dass es keine meinungsfreiheit das ist keine meinungsfreiheit israel darf demonstrieren aber die palästina nicht es kann ja es kann auch die wie wie haben sich die demonstranten verhalten wenn die also ich kann nicht sagen ich war in frankfurt live dabei da ist nichts passiert bis der erste polizist ein kind die fahne weggerissen hat und so boden geknüppelt hat dann ist was passiert das ist ja alles richtig aber ihr seht doch wieso wir würden wir haben immer was was der andere kritisiert und wir haben kein ende finden ja ja wollte ich noch ein thema ansprechen und zwar ja ich lasse ich gleich was ich sagen wollte ist bezüglich dem thema dass die demonstrationen ihren wert verlieren wir wissen ja was mit wie black lives matter kommentiert wurde und ihren wert verloren hat wegen der führung und wegen dem dass andere interessenten was anderes draus gemacht haben corona werbung alles was gegen das system geht wird niedergeknüppelt ist fakt da muss ich dir recht geben das ist leider schon immer so gewesen und dass wir sind leider nicht bei wünsch dir was wir sind bei so ist es und man kann nur demonstrieren werden spenden kämpfen mehr nicht ja da hast du recht und ich sag dir ich sag dir auch eine friedliche demonstration kann ordentlich eindruck machen wenn es sehr sehr viele menschen sind stell dir mal vor es würden jetzt 100.000 menschen hunderttausend menschen würden friedlich demonstrieren einfach es würde keiner was sagen alle würden da stehen mit palästina flaggen beispielsweise es wird sich keiner bewegen einfach quasi so ein ein gedenken und ein schiller protest das wird so starken eindruck machen viel mehr eindruck als leute anzugreifen autos anzuzünden weil das ihr müsst ja überlegen wenn ihr wollt oder ich rede jetzt auch mit den palästinensern oder muslimen wenn ihr wollt dass die deutschen oder generell wir mehr sensibilisiert sind für diese sache und dass ihr wollt dass wir auch auf eurer seite sind dann müsst ihr euch überlegen wir sitzen vorm fernseher und wir sehen nur wir machen den fernseher an muslime ticken auszünden alles angreifen polizisten an natürlich sind wir dann nicht auf eurer seite das ist doch den medien geschuldet genau das ist natürlich teil den medien geschuldet ganz kurz ich verstehe was aber die meisten demonstrationen waren friedlich warum wir darüber nur in berlin ist ausgereicht muslime sprechen sich gegen terror aus warum wird darüber nicht berichtet warum wird dann menschen radikalen predigern die weder gelehrte sind kein mensch weiß wo die wo die studiert haben kein mensch weiß wo die herkommen denen wird ein sprachrohr gegeben im öffentlichen deutschen tv aber leute die sich gegen diese ganze sache aussprechen michael wie das zum beispiel dem wird kein sprachrohr gegeben das sind wenn sich jemand wirklich neutral darüber informieren möchte dann muss er sich von den öffentlichen medien abkapseln und sich wirklich auch neutral die informationen einholen ich habe übrigens das buch von michael das habe ich gelesen was westliche was westliche politik im orient anrichtet ist ein gutes buch tatsächlich sehr gut wie gesagt also du mir das buch im chat nachher schicken das gleich ich schreibe das gleich leute wie gesagt wir können später vielleicht noch mal rein oder morgen ich danke euch dass ihr da wart und guckt dass wir alle irgendwie miteinander auskommen wenn man überlegt die kolonien die ganzen kolonien ich will jetzt nicht die geschichte die kristen die haben zu tun guck mal die haben nichts damit zu tun ich gibt niemanden die schuld es gibt über jede nationalität geguckt mal gar nicht im westland nehmen wir das nehmen die mal wunderschwein warte mal ganz kurz bitte nehmen wir die befindlichkeiten mal raus nehmen wir sie mal raus seit wann gibt es palästina weil es schon immer die neben palästina und das ist schon das ist schon der erste punkt da bist du in einer befindlichkeit aber sprichst du wenig nein nein damals gab es die es heiße jerusalem vor die engländer das land anaktiert haben und das land dem israelis gegeben haben so dann frage ich mich jetzt folgendes wem hat das land davor gehört vor 1300 jahren vor christus war das land kanaan das war schon in der bibel beschrieben als das heilige land die hebräer waren schon da und die hebräer sind die vorfahren der juden schon vor tausenden von jahren waren die da also hört mal auf ihr müsst auch mal bei der wahrheit bleiben nicht immer alles vertreten hast du recht dass du vollkommen recht das weiß ich auch das weiß jeder und jeder ist der leugnig der lügt es gab juden waren zuerst da dann kamen die kristen und dann kamen die muslime aber das ist ein land eigentlich für drei religionen und nicht für eine religion guck mal da sind wir doch ganz nah beieinander weil ich auch dafür bin dass diese zwei staaten lösung die muss es geben da würde frieden im nahen osten herrschen das problem ist richtig diese zwar von der zwei staaten lösung sind wir gerade sehr sehr weit weg und wir müssen aufpassen dass dieser konflikt in diesem kleinen land sich nicht quasi auf die ganze welt ausbreitet nicht unbedingt in der form von überall ist jetzt krieg sondern wir haben überall auf einmal hass unter muslimen und deutschen in ganz deutschland in anderen europäischen ländern wo auf einmal alle die muslime hassen jude alles wieder es kommt wieder alles hoch was gar nicht hochkommen soll und da müssen wir sehr aufpassen dass wir nicht mit so viel hast zum beispiel habe ich ein video gesehen und das fand ich sehr traurig und da sind zwei muslimische frauen durch london gegangen und haben die flugblätter wo drauf stand wo die vermissten israelis die verschleppt worden sind und von der hamas entführt worden sind haben die abgerissen zusammengeknüllt und in müll geschmissen sowas finde ich so abgrundtief unmenschlich egal was die israelische regierung in dem moment macht das sind menschen die entführt worden sind wo die familien zu hause sitzen weinen die die zurück haben wollen und die reißen die ab das ist so als wenn du auf den friedhof gehst und einen grabstein umtritt von irgendwelchen leuten weil du die leute nicht magst das ist so eine schändung so ekelhaft das kann ich nicht befürworten und das spaltet so etwas seht hass untereinander und das führt dazu dass wir uns alle hassen immer mehr hassen und da ich glaube ich glaube ich glaube nicht dass alle christinnen alle juden alle muslime schlechte in jeder religion in jeder nationalität findest du gute und schlechte menschen in jeder das dann ist unmöglich das können viele leute die gegen sie reden also von meinen familie rede ich jetzt da sie sind da sie sind dies und da sage ich ihnen was sagt ihr da ist es unmöglich dass ein ganzes volk dreckig ist die versuchen immer eine nation oder eine region für alles böse zu geben die sind alle schlecht die sind alle nicht gut es gibt bestimmt auch gute israelis es gibt auch bestimmt gute palästinenser von allen seiten es gibt auch gut die libanesen das gibt es von allen seiten in jedes land gibt es gute und schlechte menschen aber leider ist es so dass die schlechten immer mehr werden das ist die wahrheit nein ich bin einverstanden nein ich bin einverstanden ich sage einfach so mein herr der palästinensische bevölkerung ist so ist so manipuliert die die keiner aber mit haben die sind schon manipuliert aber die merken selber nie okay eine frage eine frage meine frage sind die israelis nicht mehrheit auch monopoliert durch ihre medien wie bitte sind auch nicht viele israelisch manipuliert dass die palästinenser aber alle araber ein hass auf juden haben der herr war dass dieser vor dieser wort alle haben aber wenn ich frage ich werde über allah ich werde über allah ich hasse kann nun aber ich hasse ungerechtigkeit ich habe zum beispiel wenn man und entschuldige menschen tötet so ehrlich auch wenn wenn es so hart klingt israel zwei staaten okay aber der gaza muss erst einmal sauber werden total und sauber werden genau werden wer da wohnen darf okay also also sauber werden sauber sauber werden bruder ich will mit dir als bruder reden ich will mich nicht mit der streiten sauber werden heißt es auch dass man unschuldige menschen tötet über ein paar wir einfach und umziehen um siebeln da aber die ist nicht mit der video marschiert die israelische militär das geht man hat die israelische militär oder wieso man sieht die israelische militär nicht einfach rein ohne roh überall rum zu bombardieren ihr müsst wirklich ihr müsst ihr denkt irgendwie nicht gut ganz ehrlich ich schreite mich nicht ich schreite mich nicht mit dir ich habe ich keine dache antworten wirklich wofür überhaupt eure richtung ihr seid ganz kurz ich muss ich antworte darauf also das israelische militär meiner meinung nach ich bin natürlich jetzt kein general vom israelischen militär meiner meinung nach was ich von außen betrachte ist es so dass wenn man sich ein bisschen ich war übrigens auch bei der bundeswehr nur mal davon ab aber wenn man sich so ein bisschen so mit militärischen taktiken und so auskennt weiß man natürlich wenn man eine operation plant wie eine bodenoffensive macht man das natürlich nicht wenn also erstmals der terroranschlag passiert was ist der erste schritt nein ich will dir ich will dir was ich will den kleinen denkansatz mit reinschmeißen was ist der erste schritt wenn du eine bodenoffensive start ist wofür musst du sorgen du musst erstmal dafür sorgen dass so wenig zivile opfer wie möglich und du musst gucken wie die umgebung ist du musst dich also die flüchtlingsströme lenken genau weil wenn einer bodenoffensive du kannst davon ausgehen dass die hammers sehr viele selbstmordattentäter haben wird und das problem bei dieser schwierigkeit bei dieser bodenoffensive ist wenn du in den gaza streifen einmarschierst das ist das mit eins der dicht besiedelten gebiete der erde das bedeutet du marschierst damit 300.000 soldaten rein so probierst den gaza streifen einzunehmen wirst du ein problem bekommen es ist also besser zu bombardieren darf ich ganz kurz darf ich ganz kurz zu ende du wirst ein riesen problem bekommen weil häuser kampf sehr sehr schwierig ist und dann kann auch eben nicht in den gaza streifen dann mehr die israelische luftwaffe eingreifen weil sie ja gefahr laufen muss die eigenen leute mit zu bombardieren dann hast du auch noch das problem gerade da da sieht es ja auch so aus dass du das problem hast der tunnel des tunnelsystems selbst ja es ist auf jeden fall zu verurteilen was israel da gemacht hat indem dass sie gegen die genfer konvention verstoßen hat es ist wirklich wirklich schlimm leute von wasser abzuschneiden das macht man nicht das ist alles andere als menschlich aber wenn man sich das jetzt genau anschaut und dann militärisch darüber denkt sieht es so aus dass sie das wasser auf einer seite abgestellt haben und danach im süden angemacht haben oder wieder aufgedreht haben in dem sinne und dafür sorgen wollten die flüchtlingsströme in den süden zu lenken wie sich das anhört das ist ja sicherlich ist das menschlich gesehen eine ganz ganz beschissene geschichte aber hinsichtlich dessen dass die hamas nun mal als erstes angegriffen hat und das dadurch eskaliert ist es ist wieder mal eskaliert muss man natürlich jetzt auch gucken wie klären wir die ganze scheiße es ist so die hamas ist eine terrororganisation und diese terrororganisation die agiert unterirdisch in diesem tunnelsystem man muss so doof wie sich das anhört da jetzt dafür sorgen die flüchtlingsströme zu lenken viele der palästine sind dazu aber nicht bereit also wie macht man das man versucht sie also zu zwingen indirekte zwang das ist auf jeden fall zu verachten dass ohne zweifel wenn man sich das überlegt was wäre dann das gegenspiel das zu das gegenspiel dazu wäre sich dann so zu wehren und dann auch zivile für die zivile bevölkerung massiv mit zu schädigen und ihr müsst wirklich aufhören und da pflichte ich dem host hier auf jeden fall bei ihr müsst aufhören mit diesen befindlichkeiten hört auf damit ihr merkt das nicht jedes einzelne breitgespräch sorgt für eigentlich das erreichen des zieles was die der spaltung vorhaben eine spaltung führt zu einer anderen verspaltung für eine frage ich habe eine frage bitte wieso liebe also vor zwar vorgestern ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt wurde die älteste die drittälteste kirche bombardiert mit raketen beworfen in gaza ok wieso können die christen wieso können die christen in gaza leben und kirchen bauen aber die werden trotzdem angegriffen was haben die was hat die kirche damit zu tun oder was was hat das hospital damit zu tun die israelis bleiben alle hause geht raus nimmt eure leute ihr dürft da nicht bleiben als wettunter beantworten weiter christian ich möchte mal auf paar sachen eingehen ich habe mir jetzt schon ein paar sachen lange angehört also erstmal gehe ich jetzt mal darauf rein also wegen da ist ja so folgendes ihr redet ja darüber dass er die usa verantwortlich mit ist also erstes müsste mal wissen dass soldaten ausgebildet worden sind auch polizisten ausgebildet worden sind um erstmal sicherheit in diesen regionen und länder zu bekommen und wenn sich auch welche leute abspalten von eine gute sache und daraus theoristen sich davon entwickeln kann dafür die usa erstmal gar nichts ja das ist schon mal die nächste sache und dazu muss man mal wissen wer war denn der chef von is gewesen also von das abu al-barim al-kura schien das muss man wissen das warte warte bitte lass mich mal aus aber christian und ich bin da auch ich bin dass die dazwischen reden das war keine warte nein lass mich doch mal darf ich bitte ausreden dankeschön ja und wir hatten das alles finanziert wüsste wer das finanziert hat christian war haben auch das wort wenn es mir nicht zu war krieg ich muss sich rausschmeißen du darfst du wollen aber warte ganz kurz du hast was falsches gesagt ich kann das so nicht stehen lassen du hast gesagt der chef vom islamischen staat ist meinst du oder der chef vom islamischen staat ist al-bagdadi das ist entstanden das ist entstanden im irak als er im gefängnis saß aus einer kleinen gruppe bagdadis tut aber bagdadis tut er so heißt der bagdadis tut aber wie heißt es denn richtig die arabischen wir wie seinen richtigen namen okay also dann haben wir vielleicht aneinander vorbeigeredet aber du weißt was ich meine da musst du doch mal oh mein gott also ich weiß warte mal kurz also folgendes zu redest mit einem der neun jahre mosnema das ändert ja nix dass du jetzt also mehr wissen oder wie ich sage erwarte mal als habe ich war es habe ich gesagt also ihr könnt doch nicht also folgen das ist eine unterhaltung aber ja ich bin jemand ich war neun jahr neun jahre mosländer ganz weisen ist besser als du kannst du denn so was habe ich das gesagt habe ja in deiner äußerung hast du das durchschwingen lassen kann ich mal guck mal es ist schon ziemlich beschämend ich möchte bitte mal zu ende reden ja erzähl komm also ihr könnt doch nicht auch welche fakten aus außer acht lassen wer hat denn das werden die zum beispiel das finanziert wisst ihr dass ihr sagt die ganze zeit die usa also ich bitte euch ihr könnt wer hat passiert also solange ich hier drin bin hat das nicht ein einziger gesagt die usa war noch gar nicht im gespräch also ihr habt über das geredet wer hat die gegründet ja darfst du das ich habe mir das doch schon alles mit gehört als wer hat ja es ist ein einziges mal in dem gespräch der usa erwähnt noch mal eine man muss aber noch gar nicht im gespräch also folgendes es ging um syrien ich habe das doch mitbekommen ja wer war mit und hat das mit gegründet oder wer hat denn das ausgebildet etc habe ich auch alles mit gehört so folgendes also man muss die kirche auch mal ein dorf lassen ganz einfach und die sagt schon kanarita und die sachen wie den judentum die kanarita müsst ihr auch wissen mit den philistern ja das sind schon jahrtausende alte geschichten die alle theologisch und auch wissenschaftlichen historisch als belegt worden sind so fertig aus so und jetzt müsst ihr doch mal wissen jetzt müsst ihr wissen wer hat denn die is überhaupt unterstützt also man muss doch genau wissen wer sie unterschätzt hat das geld geflossen ist und dann müsste auch wissen die waffenindustrie diese ganze macht etc also da wird überall wird ja waffen geliefert also überall jeder jeder der weiß wer sich mit dem waffenindustrie auskennt weil es ganz genau die waffen lobby dass jeder um die waffen bekommt hauptsache das geld stimmt das weiß jeder und ich mag es halt nicht wenn auch welche verschwörungstheoretiker um ein was erzählen was komplett aus dem ganzen kontext gerissen wird und das kann ich einfach nicht ab also man muss schon erfährlich auch gesund bleiben wo redest du an der thematik vorbei das ist nicht die thematik dabei zum beispiel zum beispiel also die medien heißt es ja dass er das christliche krankenhaus komplett zerstört worden ist komplett zerstört worden ist also woher wollte denn die quelle wissen waren das parkplatz das parkplatz das parkplatz worte wir reden gar nicht über das krankenhaus habe ich gar nicht gesagt hat keiner gesagt du kommst mit sachen an den da kommen aber christian guck mal nicht die chance dass die die sachen die du alles sagst dass ich darauf eingehen erst mal der islamische staat im irak krieg entstanden in den 2000er jahren das ist schon mal das erste durch al-bagdadi der war im gefängnis das waren kleine islamische gruppen die sich gegen die besatzer auflehnen wollten also gegen die amerikaner und gegen die danach folgende neue irakische regierung so und der islamische staat ist immer größer geworden und größer größer hat die macht an sich gerissen und al-bagdadi hat den islamischen staat gegründet der ist übrigens nicht sagt er mal den richtigen namen von ihm sagt er mal den richtigen namen von aber was ist denn der ist das jetzt der falsche name naja das ist ein richtigen namen es gibt ja noch den richtigen namen du hast zwar in dieser hinsicht etwas in dieser hinsicht recht aber das was in syren basiert ist du bist du ein kacke alter du suchst dir da also ein kühlstein raus also jetzt mal ohne mist ihr redet doch über die gleiche position du sprang erst an dass man dich nicht ausreden lässt und der bricht den nächsten der gerade was erklären was sagen möchte mit einer scheiße die man sich nicht ausdenken kann am ende redet man doch über die gleiche so leute darf ich mal einschneiden aber jessica jessica ganz kurz nicht so wie letztes mal komplett eskalieren sonst vor allem wenn es so darum geht um den islamischen staat der einzige ist also dann ist es halt interessant wenn der islamische staat hat irgendjemand mal nachgeforscht wenn wer am meisten unter dem islamischen staat gelitten hat naja also ich würde jetzt ja kann ich dir sagen ja ich bin doch gerade dabei ich will es doch gerade antworten meine meine ich rede jetzt nur von meiner persönlichen meine so wie ich das sehe du kannst mich verbessern wenn ich was falsch sage meiner meinung nach hat tatsächlich sollte das ja eine widerstandsbewegung sein gegen die amerikaner also gegen die amerikanische besatzung hat sich ja im irak gegründet und gegen die neue irakische regierung aber meiner meinung nach haben tatsächlich am meisten die iraker selber unter dem islamischen staat gelitten und die jesidinnen und jensiden genau ja bravo es sind muslime wo drunter glittern und zwar die wo dann die radikale einstellung von den jesen gefolgt sind genau wenn die mit spielen kann mit denen ihre was von wege radikale ansicht und also die haben ja eine unmenschliche eine barbarische einstellung auslegung vom islam gehabt wer damit mit gelaufen ist da ist fein gewesen und die händen meistens die muslime wo dann nicht mitmachten die sind dann radikal an und ja auch da das liegt ja auch daran dass sich die muslime untereinander nicht einig sind das ist ja das schöne dabei das muss man das muss man klar das muss man klar deutlich benennen das ist ein ganz ganz großes problem weil es ist auf jedem fall so und das möchte ich auf jeden fall noch mal unterstreichen du kannst nicht alle moslime über einen kamm scheren es gibt moslime die sind klar denken so sieht aus aber man muss auch bei der wahrheit bleiben und es gibt nun mal auch den radikalen teil und der radikale teil ist nicht unbedingt klein von 1,6 jahre in dieser religion ist der radikale teil ganz ehrlich der ist das schon recht extrem was das angeht natürlich gibt es radikale in jeder in jeder religion siehst du einen radikalen teil aber ganz ehrlich ich sehe bei den meisten anschlägen etwas wo ich zum beispiel sagen müsste das kann ich auf jeden fall einer gewissen gruppierung zuordnen das ist einfach an dem radikale jahr haben wir überall in jeder schicht definitiv aber bei dem muslim ist es ein ganz 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 großes problem da ist es nämlich sehr extrem was das angeht wenn ich mir das überlebige von 1,6 milliarden oder 1,7 milliarden da mögen sich die götter darüber streiten muslimen die es da so gibt ist es an dem dass es belegbar ist über geheimdienste die das dann auch zu belegen hatten das ist 15 bis 20 prozent radikale in dieser religion gibt wer ein bisschen rechnen kann weiß das ist nicht gerade wenig so und es ist an es ist an dem dass diese radikalen dafür arge probleme sorgen und wenn man sich jetzt darüber dann aber und mit moslems untereinander unterhält haben wir da ein problem alle agieren nach dem gleichen buch aber jeder behauptet von sich der wahre moslem zusammen wenn ich jetzt die frage in den raum stell wer ist denn jetzt eigentlich der wahre moslem ist es der alawite der schiite der sonite also darf ich dir was dazu sagen was muslim angeht der islam erlaubt ist nicht unschläge menschen zu töten sondern sich zu wehren und nicht unschläge menschen zu töten und nicht unschläge anzugreifen aber selbst im koran gesagt kämpfe in gottes namen die nicht kämpfen aber sei nicht feindselig gott nicht keine feindseligkeit der prophet mohammed hat es nicht erlaubt geisel zu nehmen erstens und wenn du geisel hast aber du findest genau so viele fersen die genau gegenläufig sind und man kann sich das natürlich alles zurechtlegen und hinbekommen es gibt trotzdem und das ist nicht abzustreiten den radikalen teilen es gibt fersen die genau gegenläufig sind das ist auch so am ende wissen wir beide was islam bedeutet das bedeuten frieden das bedeutet unterwerfen unterwerfen bedeutet islam ob du jude bist ob du christ bist ob du muslim bist am ende ist es nur ein schöpfer wie du deine religion auslegst bleibt aber das ist der problem dass das ist doch das problem wie man seine religion auslebt genau das ist das problem es gibt nun mal leute in diesem glauben die da ein arges problem mit juden haben und das ist eine thematik die man nicht wegschweigen darf mal ganz ehrlich du sagst mir die ganze zeit dazwischen denn dann musst du mit der reaktion 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 nur weil du eine frau bist hast du nicht das recht mich zu unterbrechen ich wollte dazu noch kurz was zu ende sagen dann bin ich auch raus also das bringt dann nichts weil das hier nur rumgeschreitet ist und das ist ziemlich traurig so ich sag doch mal also die waren auch in afrika waren die auch sehr verbreitet gewesen so und ihr müsst mal wissen wo hat es denn überhaupt also es hat an syrien angefangen es war auch mal eine demonstration es ging ja um eine revolution das hat etwas damit zu tun dass hier auch hier die westliche das westliche wesen von den glauben freitreten wollten da muss man auch wissen was da 2014 passiert ist und da worten ja auch sehr viele schiiten in syrien gibt es auch viel sehr viele schiiten es gibt eine männerheit von den suniten und alles mögliche da muss man auch genau wissen was da genau passiert ist so und es wurde auch offiziell aufgerufen und viele sind ja auch viele sind ja auch von deutschland türkei marokko nach syrien in die grenze da muss man auch wissen ja so es gibt verschiedene sichten vom islam verschiedene glaubensrichtungen die sind nicht als sich einig dann musst du komplett referenzieren und halt es gibt es gibt es gibt gute es gibt es gibt solche glaubensrichtungen die halt komplett den den krieg ablehnen da gibt es aber welche sind halt dafür ich möchte ich möchte zwei drei sachen sagen ich finde das immer interessant dass wir meinen oder ich meine mich damit auch dass wir über solche sachen extrem reden können obwohl man nicht selber dabei sind so dann wird sich dann auch richtig eine kenne warte 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 wir warten wir warten doch mal wir können diese wir können diese sachen nicht denn wir können diese sachen nicht ändern ja es ist gerade mal so wie es ist was wir machen können ist beten so fertig so das und zum thema zweiten weltkrieg gibt es auch eine interessante geschichte was auch mit den deutschen basiert ist also muss man auch wissen dass die deutschen auch geguckt werden ob die zum teil mit juden waren oder halt nicht ob die harisch war muss man auch wissen und dass auch sehr viele deutsche bilder der menschen umgebracht worden sind in konzentrationslager experimente gemacht worden ist und da muss man ja auch wissen dass auch viele zum krieg gezwungen worden sind wenn sie sich gemacht hätten den krieg ganz sich verweigert worden sie erschossen ganz einfach aber was hat das jetzt mit dem thema zu tun du schweifst komplett ab was ist los aber warum sind wir jetzt schon wieder bei nationalseizialisten irgendwelche leute vertreten gleichzeitig der vorschlüge drin aber den zweiten milchkrieg so moment ich muss christian ja also christian hammer zu zum thema miteinander leben in verschiedene glauben was in zürich passiert ist ich weiß nicht ob da jemand überhaupt mit bilder gesehen hat was die mit den menschen angestellt haben darüber und dann will ich eine frage von euch beantwortet habe wer ist hingegangen und hat die kirche beschützt damit sie nicht verbrannt und damit ich überhaupt nicht zerstört wäre wer hat das gemacht wo wovon redest du jetzt in syrien assad beschützt die christen dort nicht die freie syrische armee assad hat die christen dort und wer noch wer ist noch hingegangen und hat die kirche und die meisten christen sind dort sind dort für die regierung für assad also ich meine stadt zu reden also ich war in syrien bevor der krieg angefangen hat und ich habe sowas noch nie gesehen wie in eine gemeinschaft ist in der religion ganz kurz du warst ja du warst ja auch im gaza streifen in syrien du warst ja überall schon ich war nicht im gaza streifen ich war nicht gesagt okay ganz kurz jetzt möchte ich einmal ganz kurz was sagen was vorhin gesagt wurde ja erst mal ist es so dass bei den moslems tatsächlich auch bei den radikalen und bei den nicht radikalen und bei den gemäßigten ist es ganz oft so dass sie sich alle gegenseitig aufheben weil jeder beschuldigt den anderen du bist kein wahrer moslem ich bin der wahre moslem zehntausende anhänger vom is sagen wir praktizieren den islam richtig alle anderen praktizieren ihn falsch so die normalen moslems sagen die al-qaida al-shabab isis boko arab sind alles keine moslems die aber von sich aus sagen dass ihr alle keine moslems seid sondern sie sind die wahren moslems wer hat denn jetzt recht das ist die frage das ist die frage die frage die ich vorhin gestellt habe die ich schon so oft stelle und das ist das eigentliche problem untereinander sind sich die moslems nun mal nicht einig und das in ihren unterschiedlichen ausrichtung des glauben dieses mädel macht mich fertig alter kannst du auch mal die backen halten ich hab dich doch auch nicht unterbrochen du machst das doch die ganze zeit ich habe die ganze zeit auf stumm guck hin wer mit dir redet freunde beruhigt euch beruhigt euch das ist doch nicht normal am ende ist es genau die frage die frage die da im raume steht wer hat nun eigentlich recht in der glaubensrichtung selbst und das ist wichtig weil wir nun mal den radikalen teil haben er ist nicht weg zu schweigen er ist da der radikale teil sorgt für den ganzen mist den wir hier haben also von daher frage ich ganz eindeutig wer hat recht die suniten die schiiten die alawiten welche genieten haben recht keiner kann man pauschal nicht sagen jeder mensch jede person unabhängig auf dieser ganze welt ist selbst für sich verantwortlich du sollst mir doch nicht auf deiner eigenen sichtweise antworten ja ich kann auch der sichtweise antworten eines moslems wer von den moslems hat recht wer hat recht genau das kann man pauschal nicht da ist es gibt es gibt es gibt orthodoxe wer hat recht ja aus deiner sicht haben die suniten recht ne ja was relativiert ja du an du fragst also du beantwortest keine frage sondern macht direkt die gegenfrage warum kann ich ja nicht da ist das eine gehirn akrobatin das ist ja der wahnsinn leute bitte bitte gar nicht geantwortet du relativ ist hörst du zu was dir gesagt wird du beantwortest keine frage du stellst eine gegenfrage übrigens ist das unruflich dass mein glaube der richtige jetzt was bist du was glaubst du sage mal hast du überhaupt zugehört was ich gesagt habe du verstehst das gesprochene wort anscheinend nicht mag sein dass es an einem dialekt liegt ich habe keinen plan fakt ist eins du antwortest auf keine frage du kommst mit irgendwelchen phrasen um die ecke die mit der thematik nichts zu tun haben also junge ich bin 43 jahre alt hab mal ein bisschen respekt mädel meine herren das kann doch nicht wahr sein jetzt mal ohne scheiß man stellt eine ganz einfache frage eine ganz einfache frage so oft mal ganz ehrlich am ende du als chris kannst sie noch nicht mal beantworten du als chris kannst sie noch nicht mal beantworten von daher nochmal die frage an die moslems meinetwegen schreibt es im chat ist mir rotz egal wer von euch hat recht wer ist der wahre moslem also überhaupt zu das gesagte wort nicht ist das für dich nicht möglich mal ganz ehrlich du kannst die frage noch nicht mal beantworten auch wenn du gerne möchtest kannst du es nicht weil du noch nicht mein moslem bist diese frage kann mir ein moslem beantworten nicht irgendeine ein moslem kann das auch gott ist die glatt ist die glatt ich bin geboren als muslim alhamdulillah ich kann eure frage beantworten wenn er mich zeit geben ja bitte wer wer ist der wahre muslim wer hat recht komm die wahre muslim alle sind muslimer gleich gibt es keine radikale gibt es keine bursere muslimer alles was wer hat das geld gegeben wer hat das unterschätzt es gibt keine radikale muslime alle muslime sind gleich ist falsch es gibt zehntausend radikale muslime leute leute die müssen erstmal wissen was muslim bedeutet muslim heißt gottergebene 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 richtig gottergebene bedeutet genau wie christliche evangelische oder katholische genau das muss man das glaube ich habe ein gold also wer sagst du jetzt warte mal ganz ganz ehrlich lass uns mal das aufdröseln du sagst also jetzt jeder moslem hat recht das ist deine kernaussage habe ich das richtig verstanden über was reden er über welches recht alle sind muslime alle glauben in einer ok alle sind moslime alle haben gleich viel recht wieso wenn alle gleich viel recht haben warum gibt es unterschiede im ansatz des glaubens warum leben die leute dann untereinander ihre glaubensform unterschiedlich aus wenn sie alle nach einem buch glauben ey löwenherz alter kannst du mir ja auch mal leute reinholen die wirklich was im hirn haben ja könnte ich mal dafür antworten ich sehe das doch nicht freunde freunde also es gibt kein radikale muslimer der radikale muslimer ist besonders groß es gibt den christentum den evangelismus und den katolismus damit die Wand von Berlin runterschmeißen das war die Zeit ok der da oben redet nur wir sorry den kann jetzt es ist einfach das ist mir zu antworten ja das war auch mehr als schadhaft für das gespräch selbst so bilal ist da bitteschön bilal schönen guten tag frede gottes sei mit euch frede und gottes oh gottes segen auch mit dir mein friend alter Schwede so aber das problem ist das problem ist dass du mir wahrscheinlich diese frage auch nicht beantworten kannst weil wenn du das schon so sagst gehe ich mal davon aus dass du christ bist und ich hätte gerne wirklich diese frage irgendwann mal beantwortet ich weiß nicht seit wie viele monaten ich diese frage stelle und keiner kann sie mir beantworten ich bin sogar schon so weit gegangen dass ich mich in moslemische Chat setz wo wirklich nur mosleine bei sind jemand der schreibt der kann dir das beantworten ich kann dir das beantworten der der jetzt drin ist also ich bin es ich bin es equalizer ich kann das ganz einfach beantworten also muslim ist jeder der einmal sagt die bestmähler der sagt sprich bitte deutsch mit uns ganz ehrlich hier versteht niemand arabisch ok ok also es gibt die lippen bezeugnis heißt das das heißt du sagst es gibt keinen einzigen gott außer Allah es gibt nur einen einzigen gott das sind die säulen des islam das sind die fünf säulen genau so sieht es aus darauf baut alles auf aber das ist nur die basis das ist nur die grundlage die moslem sind stufen es gibt die erste stufe das ist die fünf säulen die höchste stufe warte mal warte mal wenn wir schon dabei sind wenn du die fünf säulen kennst dann tu mir bitte den gefallen und benenne die fünf säulen damit wir uns darüber unterhalten können weil da kriegen wir vielleicht einige sachen mit aufgedröselt tu mir bitte den gefallen beschreibe die fünf säulen ok die erste also die fünf säulen die erste heißt die lippenbekenntnis also du glaubst Shahada und bezeugst das ist nur kein einzigen gott außer Allah das ist die erste die zweite du betest also du verrichtst das gebet die fünf gebete am tag die dritte ist du fastest Ramadan das kennt die alle die vierte ist Zakat Spenden also Spenden die fünfte ist wenn du kannst also wenn du finanziell und gesundheitlich kannst einmal mecker aber so warte ganz kurz warte ganz kurz warte ich möchte gerne ein Gespräch aufbauen weil anscheinend hast du ja ein bisschen Wissen und dann möchte ich ein Gespräch mit dir aufbauen genau du hast jetzt also gesagt dass eine der Säulen ist fünfmal am Tag zu beten richtig? pass auf folgende Frage habe ich dann jetzt an dich wenn du nicht fünfmal am Tag betest bist du dann noch wahrer Moslem du bist Moslem ja das ist aber ein Widerspruch in sich den ich da höre du sagst ein wahrer Moslem ist jemand der nach den fünf Säulen lebt so nun frage ich dich wenn jemand nicht diese fünf Gebete spricht obwohl es eine Säule ist dass diese dann kein wahrer Moslem mehr ist du sagst doch er ist trotzdem einer merkst du den Widerspruch? nein 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 du hast es nicht verstanden also du hast die Lippenbekenntnis gesagt das ist schon du bist schon Moslem aber wie gesagt das sind Stufen ich habe ich wollte gerade das zu Ende führen aber nein warte warte lass uns an dem Thema festhalten lass uns jetzt wirklich nur diese eine Säule nehmen weil das ist was ganz einfaches das versteht jeder auch ohne Wissen verstehst du von daher möchte ich da wirklich dran festhalten ich frage dich nochmal du bist ein wahrer Moslem wenn du nach den fünf Säulen lebst richtig oder falsch? was heißt wahr? du hast doch zu mir gesagt der wahre Moslem du bist reingekommen in das Gespräch und hast gesagt der wahre Moslem ist der der nach den fünf Säulen lebt ich habe gesagt hör mir genau zu ein Moslem es gibt Stufen im Islam du bist ein Moslem wenn du die Lippenbekenntnis sagst wenn du jetzt vor allem jetzt hier das sagst und du daran fest glaubst die Schahada so nun nochmal dann wenn du nach das Bekenntnis ausgesprochen hast lebst du dann nach den fünf Säulen so nun nehmen wir den Fall es gibt da jemanden der hat die Schahada ausgesprochen und möchte danach nach den fünf Säulen leben aber kriegt das mit dem Beten nicht auf die Kette und vergisst das ständig in einer Tour ist er dann noch ein wahrer Moslem ja darf ich was sagen aber das ist ja das Problem du hast im Vorfeld gesagt dass wenn er nicht nach den fünf Säulen lebt der Moslem dass er dann kein wahrer Moslem ist weil ich habe dich gefragt wer ist der wahre Moslem und du sagtest zu mir ein wahrer Moslem ist der der nach den fünf Säulen lebt und ich weiß ganz gut ich muss auf zwei Tagen Jessica 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 nur einen Satz nur einen Satz wahrer Moslem wahrer der Wort wahrer Muslim gibt es nicht im Islam pass auf guck mal hier guck mal in den Chat rein warte mal ganz kurz ich muss dich unterbrechen entschuldige bitte dafür guck mal in den Chat rein hier schreibt gerade jemand wo ich den Namen nicht lesen kann weil ganz ehrlich für mich sieht das aus wie ein schickes Gebilde aber egal der schreibt rein Sunniten also sind die Sunniten jetzt die wahren Moslems das kann man nicht sagen das weiß man nicht genau wenn lässt du mich jetzt ausreden ich will jetzt nur ein Satz oder zwei Sätze sagen dann kannst du du kannst dann wieder übernehmen Islam ist wenn du diese Lippen wecken das aussagt bist du Moslem du bist drin der Iman es gibt Moslem und wann warte warte du sagst ich bin drin wann bin ich dann wieder draußen wann bin ich wieder draußen nach der Religion wenn du raus gehst musst du getötet werden und darfst du getötet werden nein nein du darfst die Religion nicht verlassen falsch falsch das ist richtig das ist richtig ein Moslem guck mal ein Moslem wenn er wenn er diese Lippenbekenntnis wieder zurücknimmt ist kein Moslem mehr wenn du sagst es gibt anstatt Allah gibt es drei oder es gibt kein Allah Atheist wenn du Agnostiker bist wenn du sagst ich weiß nicht was was noch gibt bist du kein Muslim mehr aber die Stufen und das ist sehr interessant die höchste Stufe im Islam das ist derjenige der vor Ungerechtigkeit steht darf ich dich mal darf ich dich mal ganz gut unterbrechen weil ganz ehrlich ich habe diese Gespräche jetzt so oft gehört dass ich da ganz ehrlich gesagt entschuldige bitte dafür ich bin ich bin es leid ich bin es müde ich habe keinen Bock mehr darauf mich von Menschen mit hör mal bitte zu bitte hör mal bitte zu ich habe keinen Bock mehr darauf mich mit irgendwelchen Leuten dann ernsthaft über etwas zu unterhalten und am Ende dann merke dass nur Takiya betrieben wird da habe ich keinen Bock drauf was ist Takiya Täuschung der Ungläubigen nichts anderes das ist eine Lüge also eine Lüge das ist eine Lüge das ist eine Lüge das ist die Wahrheit du hast die Möglichkeit wenn es um deinen Glauben geht hast du die Möglichkeit zu lügen da darfst du lügen so ganz einfach du erzählst etwas pass auf du kommst in den Raum rein sagst dass du mir das erklären kannst ich stelle dir Fragen du merkst einen Widerspruch du gehst nicht auf den Widerspruch ein du lenkst von einer anderen Thematik weg oder von der Thematik weg oder von der Thematik weg am Ende ist das was du machst Takiya und ganz ehrlich du machst sie sogar noch richtig schlecht Takiya wenn du mir eine Messer auf den Hals legst und ich muss lügen das ist Takiya legst du mir jetzt gerade ein Messer am Hals genau es geht dir ganz ehrlich das Messer legst du dir selber am Hals weil das Messer hast du am Hals weil du über diesen Glauben nichts Schlechtes sagen darfst ein Mensch ein Mensch der Gutes wehrt und Schlechtes verwehrt Gutes nährt und Schlechtes verwehrt und dasselbe gilt für Risch und dasselbe gilt für Jude es sind wahre wahre Gläubige die Gottfolge die wo Gutes nähren und Schlechtes verwehren und wer was anderes macht hat nichts mehr mit Gott zu tun wenn ihr aber auch hallo ganz kurz wenn ihr aber auch ehrlich seid muss sie mir unternehmen wenn ihr den Koran auswendig kennt ich habe den Koran auch gelesen ich kenne ihn habe zwar nicht alles behalten auswendig aber es ist auch so du darfst die Religion nicht verlassen es ist im Islam nicht das darf man in japaner Religion das darf man in japaner Religion das ist ja genau so wie mit dem Kopftuch tragen alle zeigen mit dem Finger auf das Kopftuch weg die Beschleidung im Finger auf das Kopftuch das macht du sag mal Löwen jetzt kannst du kannst du mal ein bisschen für Ordnung sorgen weil ganz ehrlich wir driften schon wieder von dem Thema weg ich finde das echt kacke am Ende haben wir eine ganz einfache Frage gestellt es ist eine ganz einfache Frage und diese Frage hätte ich wirklich gerne beantwortet und das von jemandem der wissend ist weil am Ende sieht es so aus wenn hier jemand reinkommt und mir erklärt ein wahrer Muslim ist der der nach den fünf Säulen lebt ich ihn frage wenn er dann also nach den fünf Säulen lebt und nicht fünfmal am Tag betet ist er dann oh Gott dieses Mädel macht mich fertig ohne Scheiß ganz ehrlich entweder nimmst du sie raus oder ich geh runter ich habe keinen Bock mich so zu unterhalten das ist ekelhaft anstrengend das ist früh am Tage alter und ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß ich kann dir auf diese Antwort ich kann dir auf diese Frage antworten wenn du willst ich habe die Frage auch auf uns gestellt ganz kurz Veiter ich verstehe dich was du meinst es ist für mich auch tatsächlich manchmal anstrengend aber wir müssen natürlich auch Streitdiskussionen führen dürfen also man muss sich auch man muss natürlich auch ja natürlich da gebe ich dir ja recht aber wenn du eine Streitdiskussion führst sagen wir mal darüber ob Nutella mit oder ohne Butter und der nächste sagt mit Salami dann haben wir da ein Problem ich kann dir auf diese Frage antworten ich kann dir auf diese Frage antworten ich schwöre ich habe diese Frage auch gestellt ich mach dich gleich wieder frei so Veiter du ey guck mal ich habe diese Frage auch gestellt ich bin ehrlich ich habe genau die gleichen Gedanken wie Rolf hast und ich habe diese Frage auch gestellt man hat mir gesagt wenn man im Islam zum Beispiel ich bin Moslem ich halte mich an die fünf Säuren aber ich bete nicht aber jetzt kommt es drauf an ob du dieses Gebet leugnest dass es dieses Gebet nicht zum Glauben gehört wenn du sagst okay ich bete nicht aber das gehört nicht zum Glauben das hat nichts damit zu tun äh oder du sagst zum Beispiel ich bete nicht leider ich bete leider nicht aber es hat doch was mit dem Islam zu tun es sind zwei unterschiedliche Sachen jetzt wenn ich das Gebet leugne dann bin ich kein Moslem mehr dann bin ich raus aus dem Islam aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht bete ich weiß dass ich nicht bete aber trotzdem Gebet zum Islam gehört dann bin ich immer noch Moslem obwohl ich auch nicht bete das ist das und das ist der Unterschied das ist wenigstens mal ganz ehrlich das war wenigstens mal eine Erklärung weil ich selbst eine Frage gestellt habe weil ich selbst diese Frage an den Imam gefragt habe und ich habe gesagt manche um Islam sagen wenn man nicht bittet da meinte er nein wenn du es nicht wenn du es zum Beispiel leugnest dass es nicht zum Islam wird dann kommen wir ich habe das verstanden und ich finde das sehr sehr richtig weil so habe ich das auch gehört ich finde das gut dass du das so beantwortet hast am Ende bin ich ja auf die 5 Säulen bei ihm eingegangen aber die grundlegende Frage die ich da gestellt habe ist ja eine ganz andere gewesen und das ist etwas was mich wirklich brennend interessiert und ganz ehrlich das interessiert mich wirklich ohne Schweiß jetzt wer von den ganzen Glaubensrichtungen im Glauben sprich wer hat Recht der Sunnite der Schiite der Alawite wer hat Recht nach meiner Meinung nach meiner Meinung sind die einzigen die nicht mit Islam zu tun haben ich will jetzt niemanden angreifen Mensch ist Mensch ich will niemanden etwas böses tun oder eine schlechte Laune machen die Alawiten kannst du von Islam rausnehmen hundertprozentig pass auf dann habe ich pass auf ich finde das ich finde das erstmal toll warte warte ich finde das toll dass du so antwortest weil das ist wenigstens eine Meinung und mit einer Meinung kann man arbeiten es gibt ja auch Gründe dafür es gibt ja auch Gründe warte 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 ganz kurz ich habe eine Frage zu dem wenn wir jetzt die Alawiten nehmen und zu den Alawiten sagen passt mal auf ihr seid raus aus dem Islam ihr macht das nicht richtig was sagen dann die Alawiten selbst die Alawiten sagen dann selbst die sagen selbst wir sind nicht streng gläubig das ist uns auch egal ich habe schon mal jemanden mit einer Alawiten darüber mich schon damals unterhalten und die haben mir gesagt ja wir sind nicht so streng gläubig wir sehen selber nicht dass wir hundertprozentig zum Islam gehören weil guck mal Alawiten können sich wie gesagt es ist kein Angriff die können sich frei anziehen sehr frei sogar die dürfen Tattoos machen Islam ist es nicht erlaubt frei anziehen ist erstens nicht erlaubt dass man nackt rum läuft aber weißt du was für einen Widerspruch ich bei alledem habe oder welchen Widerspruch ich sehe Alkohol Alkohol ich weiß was du meinst ich kenne mich damit soweit eigentlich sehr gut aus aber weißt du welchen Widerspruch ich sehe ich sehe den Widerspruch alle diese Glaubensrichtungen selbst glauben nach einem Buch wenn ich das jetzt richtig verstehe nehmen die unterschiedlichen Glaubensrichtungen sich jetzt das Recht raus das Buch anders zu interpretieren sprich wenn die jetzt sagen wir glauben an diesem Buch dann müssen die erstens sich bedecken erstens zweitens dürfen die dann keine Tattoos machen drittens müssen die Moscheen betreten weil es ist eine Moschee muss man Freitag gebeten aber das machen die ja nicht aber wie die sagen wir halten uns an diesem Buch obwohl die die wichtigen Lagen vom Islam nicht machen also ich nehme die Allerwiten auf jeden Fall von dem Islam raus es gibt jetzt Streiten zwischen Sunniten und Schiiten da gibt es Streitereien aber ich finde Schiiten und Sunniten gehören zum Islam obwohl es Streit inzwischen den gibt aber Allerwiten nehme ich auf jeden Fall raus es ist jetzt nicht böse gemeint niemanden angreifen nein du pass mal auf ich habe mal eine ganz blöde Frage an dich selbst an dich selbst okay hast du christliche Freunde ja mir wurde gesagt wenn du christliche Freunde hast dann bist du aus dem Glauben raus falsch ich vermisse ich höre nichts mehr ich redet alle übereinander er lebt doch gar nicht auf die Wicht der vielleicht der Hoss soll dir das Wort verweilen Ali bitte Du, Dennis, ich habe dich jetzt gerade erst gesehen. Du schreibst gerade, oh mein Gott, nachdem ich das gesagt habe. Du musst aber richtig zuhören, Dennis. Ich habe gesagt, mir wurde es so gesagt. Da reicht mein Wissen nicht raus. Ja, aber du bist ein sehr schlauer Mensch und du weißt ganz genau, dass sowas nicht stimmen kann, dass dir irgendjemand irgendetwas aus seiner Fantasie erzählt. Aber es gibt Leute, die sagen es mir so. Und diese Leute sagen zu mir, sie sind Moslems. Das ist das Problem. Am Ende, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe doch keine andere Möglichkeit, außer mich an der richtigen Quelle zu informieren. Eine richtige Quelle, die finde ich ja noch nicht mal. Das, was er gesagt hat mit Freunden, hat schon recht. Es geht doch hier aber gar nicht darum. Ein Moment, ein Moment. Es steht im Koran ein Vers, Sora 3, Achtung, schwarzen, es kommen die Kriften und dann irgendwann die Moslems. Ich höre nichts, hier muss man aufhören, übereinander zu reden. Das ist wirklich anstrengend. Und hier, ein Moment. Ich will nur was dazu sagen, bitte. Es ist sehr wichtig. Es gibt ein Vers, ich rede doch, weil ich doch reden soll. Oder nicht? Löwenherr, erteile mal den Leuten das Wort, sonst funktioniert das nicht. Ja, wer wollte denn jetzt? Ich wusste jetzt nicht, wer jetzt will. Es ist Equalizer, Equalizer. Ja, okay. Erst Equalizer und dann Ali von mir aus und dann noch Fighter wieder oder Jessica, wir müssen nach der Reihenfolge. Ihr könnt auch durcheinander, aber wenn jetzt fünf Leute durcheinander gehen, ist es schwierig. Ja, bitte. Equalizer, Equalizer ist irgendwie weg. Keine Ahnung, wo der ist. Dann Ali, dann mach du so lange. Okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab mir ja hier das Bild ange... Ich hab mir ja hier das Bild vorgeschaut, ne? Und wenn ich mal zu diesem Bild antworten kann, es geht hier gar nicht, es geht hier gar nicht um Religion. Es geht hier darum, einfach nur um Höhen und um retorten andere Händler, andere... Hallo. Also es gibt ein Vers im Koran, Sure 3, Vers 28. Und dieses Vers wird überall falsch übersetzt. Dort ist die Rede. Und dieses Vers wird überall falsch übersetzt. Nimm nicht die Christen und Juden. Lass ausreden. Da doppelt sich jemand. Lass ausreden, bitte. Das ist doch nicht normal. So. Also kurz, Ekwulizer redet. Ja. Also es gibt ein Vers im Koran, Sure 3, Vers 28. Und dieser Vers wird überall leider Gottes immer falsch übersetzt. Dort steht, O Muslime, nehmt die Christen und Juden nicht als Freunde. Das ist die falsche Übersetzung. Diese Vers habe ich gerade von Ex-Muslimen bekommen. Er will mich als Kritik. Dieses Wort, Freund, ist sehr falsch. Dort steht wirklich Alliierten. O Muslime, nehmt Christen und Juden nicht als Alliierten, weil sie sich als gegenseitig als Alliierten sehen. Das ist ein Wunder im Koran. Seit wann sind die Christen und Juden Alliierten gewesen? Das sehen wir heute. Also ist das Problem die falsche Übersetzung? Die Juden wurden über die Jahre die Christen als Alliierten und heute sehen wir das, was im Koran steht, bestätigt. Alliierten, Juden, schaut mal, schaut mal. Wir Muslime glauben an Jesus als Prophet. Maria ist die beste Frau, besser als die Mutter von Mohammed. Und die Christen machen sich Alliierten, die Alliierten oder arbeiten zusammen gegen uns mit den Juden, die meinen, Jesus wäre Bastard und Maria wäre eine Hure. Das ist unglaublich. Leute, alle liken, die hier drin sind. Alle liken. Ja, so bitte, pass auf, Ekoleiser, ich müsste dir antworten. Nicht Freude übersetzt, sondern alliiert. Geht zu jedem Antwort. Ekoleiser, 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 du musst auch das Gegenwort jetzt zulassen, sonst haut das nicht hin. Ja, ich lasse dich doch gleich wieder reden, Ekoleiser, pass auf. Das Problem ist, was wir oft haben, ich bin auch auf Kundgebungen unterwegs, in ganz Deutschland gewesen, auch mit Michael Stürzenberger, der werden einige Muslime hier kennen, sehr guter Mann, der sich sehr lange mit dem Islam beschäftigt hat, auch Kian Kermanschai, dieser Mann ist Deutsch-Iraner, Kian Kermanschai, dieser Mann ist Deutsch-Iraner, er war 30 Jahre lang Moslem, hat den Islam studiert, hat 30 Jahre lang, er hat Moscheen gegründet, hat islamische Kundgebungen vorbereitet, hat Judenhassende, Al-Quds-Demonstrationen in Hamburg, hat er geleitet, Judenhassende Kundgebungen, dieser Mann kennt den Koran, in- und auswendig, dieser Mann kann Arabisch, weißt du, was die Muslime zu ihm sagen? Du weißt das alles nicht, du hast alles falsch übersetzt. 30 Jahre lang hat er den Islam gelebt, von morgens bis abends, warum soll dieser Mann etwas nicht verstanden haben? Dieser Mann, das ist das Problem der Muslime, jedes Mal, wenn du Kritik äußerst, falsch übersetzt, stimmt nicht, ist alles gar nicht so, du hast keine Ahnung, jedes Mal wird das gesagt, immer falsch übersetzt. Einen Moment, du hast gesagt, er ist Iraner. Deutsch-Iraner. Weißt du, was das Problem der Muslime, ein der Probleme der Muslime ist? Afghanistan, Iran, warum die Probleme sind, die können kein Arabisch. Ich weiß, was jetzt kommt, nur Arabisch, da kann man nicht übersetzen, oder die Leute, die kein Arabisch können, können den Koran nicht eins zu eins übersetzen. Dann frage ich mich, was machen hunderte Millionen Muslime auf der Welt, die kein Arabisch können? Guck mal, das Wort Auliyah, guck mal, das Wort Auliyah und das Wort Sadiq. Sadiq ist Freund. Auliyah ist wirklich im Kontext von Krieg. Auliyah. Ich bin ein Araber. Ich kann Arabisch. Der Kollege vorhin hat über Taqiyah gesprochen. Taqiyah, Taqiyah, der Prophet, wir haben ein Erlebnis. Der Prophet kam ein Muslim zu ihm und sagte zu dem Prophet, also die Meckaner, die wollten mich töten und ich habe gelogen, ich habe gesagt, ich bin kein Muslim mehr und der Prophet hat zu ihm gesagt, er hat geweint vor dem Prophet, er hat gesagt, tut mir leid, ich habe dich verraten und der Prophet hat zu ihm gesagt, haben Sie eine Messer, die am Hals, er hat gesagt, die haben mich mit Schwert bedroht und der Prophet hat zu ihm gesagt, du bist verzehen, das, was du gesagt hast, zählt nicht. Ataqiyah gilt, wenn Löwenherz mir ein Messer am Hals liegt und sagt, äh, nein, das ist Auslegungssache, da muss ich dich unterbrechen, das ist Auslegungssache und das stimmt so. das ist Auslegungssache, du kannst nicht einfach sagen, dass das so ist, du kannst auch lügen, du kannst auch so lügen, weil ich bin ja in deinen Augen kein Moslem, also Ungläubiger, das heißt, mich kannst du anlügen, du hast die Berechtigung, mich zu täuschen. Stopp langsam, wer hat jetzt gerade gesagt, du bist ein Ungläubiger, wer hätte es gerade gesagt? Naja, automatisch, wenn ich kein Moslem bin, bin ich ein Ungläubiger. Nein, stopp langsam, was bist du? Bist du gläubig? Nein. Equalizer? Bist du Atheist? Ich bin ein Moslem. Du bist ein Ungläubiger. Das ist so. Equalizer, Equalizer, du musst kurz rausgehen, du hast eine Verstoßwarnung, sonst wirst du gesperrt, du kannst gleich wieder reinkommen. Warum? Und das ist, warte mal, und darauf möchte ich mal eingehen. Darauf möchte ich mal eingehen. Wisst ihr, warum der nette Herr jetzt eben gerade eine Verstoßwarnung gekriegt hat? Weil er nicht gute Takija betreibt. Und das ist ein Problem. Weil, ich schwöre euch, zu 100 Prozent, dass die muslimischen Brüder ihn gemeldet haben. Zu 100 Prozent. Aus dem ganz einfachen Sachverhalt heraus, weil er nicht genau das sagt, was man da sagen müsste. Er lässt das Gespräch überhaupt schon zu. Das ist ein Problem. Roy, kannst du mir bitte kurz Zeit geben? Ich wollte noch etwas sagen. Das bedeutet nicht, dass die keine Freunde, nimmt die keine Freunde. Aulillah bedeutet, nimmt die nicht als Vorbild. Ich bin Libanin, ich bin Araber. Aber als Allah im Koran gesagt hat, Wala ta khudunastara wal Yahuda Auliyah bedeutet, auf Arabisch genau, ist ganz genau übersetzt, nimmt die Juden und die Christen nicht als Vorbild. Zum Beispiel, wenn die Juden Christen Schweinefleisch essen, dürfen wir das nicht. Juden dürfen es eh nicht. Aber ich meine jetzt nur, ich gebe das nur als Beispiel. Und das mit den Muslimen, dass die keine christlichen Freundinnen dürfen haben, das ist auch eine Lüge. Der Prophet, als die damals von dem Mekaner angegriffen wurden, wo haben die Muslime, wo sind die Muslime hingegangen, als Schutz gesucht? Die haben die bei den Christen Schutz gesucht. Die Christen haben die aufgenommen. Und der sie aufgenommen hat, ist ein Habashi. Al-Habashi war ein Christ, der hat in einer Stadt gewohnt und die Muslime sind zu ihnen hingegangen und die haben ihnen gesagt, die Mekaner suchen uns, die wollen uns töten und die wollen uns umbringen. Und dann hat er gesagt, gib mir ein paar Verse vom Islam. Da hat er ein paar Verse vom Islam gesagt, die auch mit den Christen zu tun hat. Da kam einer von den Mekaner und hat gesagt, die glauben nicht an Jesus Christus, dass er aufgehängt wurde. Und da hat er ihnen gesagt, rede nur von Maria. Rede nicht von, ob er aufgehängt wurde oder nicht. Da hat er Verse gesagt, vom Koran, die über Maria reden, als Maria ein Kind bekommen hat und dies und das, ohne einen Mann sich zu berührt. Dann hat er mal, dieser Christ gesagt, zu dem Mekaner, ich werde diese Menschen euch nicht geben, damit ihr sie besklavt. und wenn ihr mir ein Berg vom Gott und dafür hat er noch einen Film gemacht. Weiter, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen. Du bist ja auch Moslem, ne? Ja, Al-Handler. Und jetzt schreibt hier, Equalizer schreibt, nachdem du das eben gesagt hast, in den Chat, falsch. Doch, das ist so. Hat er wenig Ahnung. Dann soll er sich umfamieren. Das ist, ne, warte mal, warte mal, darauf, dann will ich hinaus. Untereinander seid ihr euch nicht einig, wie ihr euer Besuch versteht und wie ihr euch regelt. Das ist vielleicht so, leider, aber das ist die Wahrheit. Ja, aber das ist, das ist das Problem dabei. Deine Wahrheit ist deine Wahrheit, seine Wahrheit ist seine Wahrheit und jeder beansprucht für sich die Wahrheit. Das ist das eigentliche Problem. Das soll ich überlegen. Wir als Muslime glauben an Jesus, an die Tora, an die Bibel, und an die Mose. Moment, Moment, weiter ganz kurz. Also, Jessica, muss ich jetzt natürlich sagen, war jetzt sehr lange ruhig. Sie kann jetzt auch bitte kurz was sagen. Das muss ja jeder zu Wort kommen. Ich finde das, ich meine, ich bin ja vorhin angegriffen worden, weil ich das ausgesprochen habe. Aber ich verstehe nicht, was da dran falsch ist. In jedem Glauben, ob es sei es Judentum, Christentum oder bei den Muslimen, gibt es Spaltungen. Ja, das stimmt. Und nirgends wird es so diskutiert, wie beim Islam. Genau. Überall ist das anscheinend total normal, nur der Islam wird dafür kritisiert. Die Jehova, die Jehova, das ist total unlogisch. Also, ich als Mensch, wenn du die Unlogik dabei siehst, warte mal ganz kurz, warte doch mal, du musst doch einen Einwurf zulassen, das nennt man eine belebte Diskussion. Warte doch kurz, das nennt man einen Einwurf, das ist eine belebte Diskussion. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag und Frieden für die ganze Menschheit. Ebenso, ebenso. Pakt auf jeden Fall ist eins, wenn du das sagst, dann muss man aber auch bei der Wahrheit bleiben. Ja, unterschiedlich, in den Glaubensformen unterhält man sich darüber. Man sagt, du sagst das nicht richtig, du machst dies nicht richtig. Aber es ist in genau dieser Glaubensform, gibt es etwas, das nennt man Radikalität. Und diese Radikalität am Ende sorgt dafür, dass Leute, dass jeder Muslim Stellung nimmt, dass er der Richtige ist und das geht nicht, das macht ihr auch nicht. Das machen die Christen auch nicht. Du verstehst gar nicht, worum es geht. Du verstehst nicht, worum es geht. Ich finde deine Ansätze, finde ich ja schön, weil deine Ansätze eigentlich das sagen, wie es sein sollte. Aber in der Realität sieht es leider anders aus. Und wenn wir dann über die Realität, wie es ist, reden, ist es so, dass diese Spaltung unterhalb dieses Glaubens dafür sorgt, dass diese radikale Form überhaupt erst entstanden ist. Und das ist nun mal ein Problem, was man nicht wegschweigen kann. Du siehst keinen Christen, der durch die Gegend rennt und bei irgendwelchen Anschlägen Alua Akbar rutscht. Und bei welcher ist das? Welche Spaltung ist das? Die Spaltung des Menschen selbst, die da dafür sorgt, dass jeder Einzelne für sich sagt, ich weiß es besser. Es tut mir leid, du kannst gerne brabbeln die ganze Zeit, aber mit dir ist leider kein Gespräch möglich, weil du so verbringst. Ich hätte jetzt eine Antwort, kannst du auch mal antworten oder immer noch reden? Ich will wissen, welche Spaltung du ansprichst. Die Spaltung innerhalb des Glaubens selbst, die Spaltung zwischen den Glaubensatmen. die Spaltung, die so hart ist. Hör doch zu, wenn du willst eine Antwort und hör es noch nicht mal zu. Meine Fresse, was soll denn das? So, alle hier, die zuhören, wer ist vom Islam her die Hardcore-Spaltung? Wer Muslim ist, weiß das und kann das auch beantworten. Na, da bin ich noch mal gespannt. Ja, da bin ich aber auch gespannt. Jetzt kommt nix. Ja, hallo? Ali, du kannst auch was sagen. Danke, endlich. Einmal hat es, aber habe ich es gelesen. Was wurde geschrieben? Die Wache, bitte. Dann haben wir das Problem geklärt. Nein. Alter Schwede. Ganz kurz, ganz kurz, Sie können kurz diskutieren. Meine Pferde drehen durch. Ich muss einmal kurz nach draußen gehen. Aber was ich halt fürchterlich finde, egal welche Religion man betrachtet, wenn man alles genau anschaut, haben wir mehr gemein, wie uns trennt. Und trotzdem gibt es so viel Hass auf der Welt durch Religion. Aber wenn man jetzt momentan die Situation hier unten anschaut, sieht man doch, dass was jetzt rausgekommen ist, dass man Gas gefunden hat in Palästina. Da sieht man doch wieder, um was es wirklich geht. Das geht gar nicht um Religion. Das geht nur, dass man dort die Erde braucht, weil du wieder was rauszuholst. Wovon jeder profitieren will, da hast du sogar recht mit, da gebe ich dir recht. Das definitiv. Trotzdem ist dieses Spaltungsthema, nachdem man den Leuten das natürlich nicht so mit rein Wein einschenkt und man die Leute da nicht sauber drüber informiert, dass es ganz einfach so aussieht, dass es mit dem Deckmantel des Glaubenskrieges daherkommt. Und das kann man nicht wegschweigen. Das ist, wie es ist. Von daher sollte man darüber reden. Ich sage dir eins, ob du kriegst, ob du Moslein, ob du Jude bist, wenn das Herz am richtigen Platz ist und der Verstand und gut zu deinen Mitmenschen bist und deinem Nächsten wünschst, was du dir selber auch wünschst, dass du friedlich bist, dass du Ruhe hast, dass deine anderen dich akzeptieren, wie du bist, egal wie du rumlaust. Dann ist Friede und die Gier auf dieser Welt und die Gier nach Macht und nach... Jessica, aber du musst auch bei der Realität bleiben. Das ist ganz wichtig. Du hast recht. Ja, nein, Jessica, hör mal, hör mal. Lass dich doch mal ausführen. Jessica, du hast ja recht mit dem, was du sagst. Und ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Fakt ist eins, anscheinend bist du ein klar denkender Mensch. Du siehst es, wie es sein sollte. Aber leider in der Realität sieht es so aus, dass es nicht so ist. Weil es da Leute gibt, die es dann halt komplett gegenläufig deiner Meinung sehen. Aber das ist ja schnell noch ein Islam. Ja, das mag sein, dass du... Das ist sogar eine Menschen, nicht religiös. Das siehst du bei den unterschiedlichsten Menschen an sich. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber in diesem Moment ist es ganz einfach so, dass man auch darüber reden muss, dass es innerhalb dieses Glaubens eine radikale Form gibt, die nicht wegzuschweigen ist. Weil diese radikale Form sorgt auch für vielerlei Probleme. Und das ist einfach so. Guck mal, das ist ganz einfach zu erklären. Ja, aber die ist da ein bisschen nicht aggressiv, oder was? Warte mal, haben wir... Jessica, kannst du auch machen. Ganz kurz, mach kurz und dann die anderen beiden. Ganz kurz, ihr seid sofort dran. Haben wir in unserem Glauben, haben wir da beispielsweise etwas, was sich Scharia nennt, was auf jeden Fall, das Menschenrecht selbst stark einschneidet? Haben wir sowas? Haben wir gerade? Weil wir müssen ja ganz ehrlich sein, wir haben das Alte Testament und wir haben das Neue Testament. Unser Glaube wurde reformiert. Siehst du diese Reformation im Koran? Siehst du sie da? Also, ich lebe nach dem Koran und ich fühle mich nirgends eingeengt oder eingeschnitten oder sowas. Du lebst also nach dem Koran? Ja. Pass auf, ich habe mal, Jessica, dann habe ich eine ganz einfache Frage an dich. Wenn du nach dem Koran lebst und ich dich jetzt frage, Scharia ja oder nein, was würdest du antworten? Also, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, wenn ich sehe, dass... Nein, 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 erst bitte beantworten. Komm, Jessica. Jessica, bitte, bitte. Jessica, du geht das nicht. Jetzt will ich die Frage? Ich will die Antwort von dir. Ja, aber Jessica, bitte. Er hat zuerst eine Frage gestellt, du kannst da nicht mit einer Gegenfrage antworten. So funktioniert ein Gespräch nicht, da kommen wir nicht weiter. Er kann dir ja antworten, du kannst ihm eine Frage stellen, aber antworte doch bitte erst auf seine Frage. Das hat auch eine ganz große Gewandnis. Wenn die Scharia so befolgt wird, wie sie richtig angegeben ist, ja, aber... Okay, also sagst du Scharia ja. Wenn du jetzt eine Frau vergewaltigt... Ja, Jessica, keine Beispiele. Jessica, bitte. Also sagst du Scharia... Jetzt willst du ja hören. Weißt du, wie viele Zeugen benötigt sind, wenn eine Frau... Jessica, hör doch mal bitte zu. Das ist doch nicht. Jessica, ja oder nein? Gibt zwei Antworten. Ich habe ja gesagt, aber ja. Okay, okay. Okay, lass das festhalten. Jessica, bitte. Lass uns versuchen, ein Gespräch aufzubauen. Das muss doch möglich sein. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Leg los. So, also du hast jetzt gesagt, Scharia ja. Okay, das ist deine Art des Glaubens. Das respektiere ich, auch wenn ich es nicht gut heiße. So. Folgendes habe ich jetzt aber als Problem. Ich verstehe Folgendes nicht. Gerade, dass du als Frau die Scharia haben möchtest. Ich gebe dir dafür auch ein Beispiel. Weil du hast es ja gerade mit den vier unabhängigen Zeugen in den Raum geworfen. Von daher nehme ich auch gleich das Beispiel, obwohl es da noch ganz, ganz viele gibt. Aber lass uns bei diesem Beispiel bleiben. Pass auf, Jessica. Folgendermaßen passiert etwas. Und zwar, du lebst in einer Beziehung mit deinem Mann. Dein Mann, auch ein Moslem, streng gläubig, behandelt dich ganz schön, sagen wir mal schlecht. Er behandelt dich wirklich schlecht. So. Du möchtest aber trotzdem eine brave Frau sein und machst alles weiter mit. Und es ist auch in deinem Glauben richtig so, das schreibt dir keiner vor. Das ist deine Art des Denkens. Das sollst du natürlich so durchführen. Nun passiert aber was ganz Lustiges. Und zwar, es geht nicht darum, ob du das machen würdest. Das ist der erste Punkt. Es geht einfach nur darum, was vielleicht eventuell passieren könnte. Also von daher höre mir bitte zu und münze das. Ja, aber du darfst das nicht auf dich münzen jetzt. Das ist ganz wichtig dabei. Egal, egal, egal. So, pass auf. So, nun hast du einen Nachbarn. Dieser Nachbar, der kommt jeden Tag zu dir rüber, tröstet dich und ist wirklich sehr, sehr nett zu dir. Gib dir das, was dein Mann dir nicht mehr gibt, seit langer Zeit schon nicht mehr. Und nun kommt dieser eine Tag, dieser eine bekackte Tag, wo du schwach bist, wo du schwach wirst und mit dem Mann im Bett landest, sagen wir mal so. Da kann ich dir schon mal reingehen. Warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Da vorne ist es passiert, dass ich mich scheiden lasse. Ja, siehst du, und das ist wieder die Befindlichkeit, die du zu dir nimmst. Deswegen habe ich extra gesagt, lass die Befindlichkeit deiner Person raus. Die nimm jetzt bitte raus. Es geht ganz einfach darum, dass es passieren könnte. Darum geht es. Folgendermaßen. So. Und nun passiert folgendes, dein Nachbar kommt rüber und gibt der Frau, in dem Sinne jetzt vielleicht dir, auch wenn du nicht das auf dich münzen sollst. Nein, eine Frau, fertig. Eine Frau, genau. Wir nehmen eine Frau. Und gibt dieser Frau die Zuneigung, die sie da so lange nicht mehr bekommen hat. Und wie gesagt, eines Tages passiert das, was nicht passieren darf. Sie landet mit ihm in der Kiste. Genau diesen Tag hat der Mann früher Feierabend. Kommt nach Hause. Das ist mein Mann, der Frau, ihr Mann. Ja, der Frau, ihr Mann kommt dann nach Hause und der Frau, ihr Mann hat vier Kumpels dabei und die wollen nach der Arbeit, weil sie früher Feierabend haben, wollen sie das feiern. Die wollen genüsslichen Tee trinken und kommen dann dahin. Der macht die Tür auf. Die vier Kumpels sehen, was die Frau da macht mit dem Nachbarn im Bett. Und nun frage ich dich, nach der Scharia weißt du ja dann sicherlich auch, was dieser Frau droht. Und findest du das, was der Frau dann droht, nach Scharia-Gesetz, was du haben möchtest, gerechtfertigt? Also ich finde schon mal, die Frau spätestens, wenn sie sich nicht mehr wohlgefühlt hätte in der Ehe, hätte sie raus müssen. Das ist Nummer eins. Und zweitens, wenn sowas passiert. Was droht der Frau eigentlich? Jessica, was droht der Frau eigentlich, wenn das passiert? Roy und Jessica, Jessica, bitte ganz kurz, du darfst antworten, ja? Ja, aber Roy und Jessica, wir haben natürlich, wir müssen auch ein bisschen, wir haben auch noch andere Leute. Wir können jetzt nicht 20 Minuten, dass ihr beide die ganze Zeit, eine Mubo ist drin, kommen. Ja, lang auf, dann legt um. Hallo? Ja, Mubo, Mubo, bitte. Okay, hallo, grüße euch erstmal alle. Moin. Erstmal, was Religion angeht, egal welche Religion man hat, keiner hat das Recht zu entscheiden, du bist richtig, du bist falsch, wenn, dann hat es Gott zu entscheiden, ob du Christ bist, Moslem, danke, Mubo. Bitte ganz ruhig. Und wenn da irgend so ein Honk und kommt, alle Widen sind keine Moslem, ich bin ein besserer Moslem oder du bist kein, du glaubst nicht an Gott, das entscheidet Gott, Religion ist in deinem Herz, fängt im Herz an, endet im Herz. Wir sehen sehr viele, die Religion, die jeden Tag zur Kirche gehen oder jeden Sonntag zur Kirche gehen oder jeden Tag zur Moschee gehen, die gehen fünf Minuten beten, draußen machen sie alle scheiße und dann, Religion hört auf, fängt an im Herz, endet im Herz. Und kein Mensch hat das Recht, den anderen zu sagen, du bist ungläubig oder du, das hat allein Herzlichen Dank. Wenn ihr die Bibel gelesen hättet, wenn ihr wirklich den Koran verstanden hättet, dann würdet ihr überhaupt gar nicht dieses Thema sprechen. Wir sind Kinder von Adam und Eva oder sind wir Kinder von den Affen? Ich frage euch alle. Warum? Du sagst, du sprichst aus, das ist das, was ich denke. Dann sollten wir aufhören, aber wenn man aufhört und sagt, die sind keine Moslems, die sind keine Moslems, na wer bist du? Ihr müsst einfach überlegen, Religion geht keinem was an, woran ich will, ich an Gott glaube, das ist mein Weg. Da habe ich selber entschieden. Ja, und das ist auch an dem, dass man sagen muss, der Glaube, mein Glaube zum Beispiel, gehört mir und ich trage ihn nicht nach außen. Das zu 100%. Moment mal bitte, jetzt, ein Moslem, der alles vergewaltigt, was auf den Weg kommt, ist es ein besserer Mensch als ein Christ, der wirklich sauber und nie was Falsches gemacht hat? Das wissen wir nicht. Also lasst Gott das entscheiden. Hört auf mit dir. Religion ist für jeden selber und nicht fortführen. Fortzeiten. Hier, guck mal, ich habe... Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, da muss ich dir jetzt antworten. Ich muss dir jetzt antworten. Du sagst etwas, da muss ich dir natürlich darauf antworten, weil wir müssen ja was dazu sagen. Du sagst, Religion ist für jeden selber und so wie du das sagst, würde ich das auch unterschreiben. Das Problem dabei ist, dass es deine Meinung ist, die auch gut ist, die du auch, die ich auch menschlich verstehen kann. Aber nicht jeder hat. Ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Millionen Moslems teilen deine Meinung nicht, leben den Islam radikal und ganz, ganz anders, wie vielleicht du ihn lebst. Und das Problem ist, ist das vielleicht dein Wunschdenken, aber von der Realität ist es leider auch ein Stück weit entfernt, tatsächlich leider. Und ich muss ganz ehrlich sagen, warte mal, Jessica, das geht direkt an dich, das geht speziell an dich, ob du das glauben magst oder nicht. Ja, dann fang an. Wenn du die Scharia forderst, ist die Scharia schon eine radikale Form des Islams. Ja, du musst aber überlegen, die Gesetze, die dahinter sind. Das ist nicht nur das Wort, wo du hörst. Du musst so viel beweisen, dass man herausfinden, dass das stimmt. Da kann nicht ein Mann kommen, sagen, ich, die hat das gemacht. Du musst fünf Leute sehen, die das bestätigen. Und das will ich sehen. Also erstmal brauchst du vier unabhängige Zeugen. Da geht das schon mal los. Es gibt auch... Fünf oder vier. Hallo? Auf jeden Fall müssen vier oder fünf Leute... Hallo, Jessica, jetzt mal Muro einmal sprechen. Muro, antworte. Muro, bitte. Es gibt auch viele christliche Seiten, wo verboten ist, andere Freunde zu haben. Moslems als Freunde zu haben. Mosle, andere Religionen zu heiraten. Es gibt... Guck mal, wenn ihr in der Bibel mal gelesen habt, weil in der Bibel steht, dass die Frau den Mann einfach nicht scheiden lassen kann, außer wenn der Mann fremdgegangen ist oder die Frau weggegangen ist, oder fremdgegangen ist. Es gibt im Islam, auch in Christen, auch in Juden sehr viele Unterschiede, sehr, sehr viele Unterschiede. Guck mal, bei den Juden, wenn die von der Kirche vorbeilaufen, die spucken. Warum spucken die? Habt ihr das mal gefragt? Nein. Es gibt... Also ich meine, Okay, Muro, ich antworte dir darauf. Guck mal, du hast was gesagt, ich antworte dir jetzt darauf. Du hast was gesagt, ich antworte dir. Guck mal, das Problem, was ich sehe, was auch in unserer Gesellschaft so ist, wenn ich jetzt beispielsweise, ich persönlich, stelle mich jetzt in die Fußgängerzone und würde über den Islam reden oder kritisch über den Islam reden oder über gefährliche Bestandteile, meiner Meinung nach, was würde passieren? Es würde nicht fünf Minuten dauern, da werde ich angegriffen und würde von muslimischen Mitbürgern gelüncht werden, die würden mich angreifen, ich müsste mich körperlich auseinandersetzen und fertig. Aber umgekehrt, das verspreche ich dir, wenn du dich in die Fußgängerzone stellst und über das Christentum redest, wirst du nicht von Christen angegriffen, weil du schlecht über das Christentum redest. Das ist ein völliger Unterschied. Völliger Quatsch. Die Muslime sind viel, viel radikaler als die anderen Glaubensrichtungen. Und das ist nun mal Fakt. Du kannst natürlich sagen, stimmt nicht, aber man sieht es und es ist doch schon seit Jahrhunderten ist es schon so. Wie hat der Islam sich ausgebreitet? Der Islam hat sich nicht ausgebreitet mit Verteidigung. Der Islam hat sich über ganz Europa ausgebreitet mit Krieg, das Osmanische Reich. Mit Krieg. Und so ist das. Und das Problem ist, der Islam ist nicht, bedeutet nicht Frieden. Viele verstehen das. Viele sagen Islam bedeutet Frieden. Das ist falsch. Islam bedeutet Unterwerfung. Der Islam ist Frieden. Nein. Nein. Islam bedeutet Unterwerfung. Das ist nun mal so. Salam ist Arabisch, heißt Frieden. Wenn die Leute nicht zivilisiert reden können, dass ihr immer wieder dazwischen überwerfen, dann unterwerfen, dann Gott. Das ist mein Live und ich kann die ganze Zeit dazwischenreden, wenn ich das möchte. Aber ja, du hast recht. Hallo. Hallo. Guten Tag. Löwen, jetzt darf ich eine Frage stellen. Danke, dass du mich hochgenommen hast. Ganz kurz. Ich muss mal kurz dazu was sagen, zu dem Herrn, der gerade gesagt hat, wenn du über Islam redest oder Christentum redest, dann wirst du nicht von Christen angefeindet. Erstmal, in Deutschland sind so viele Leute aus der Kirche ausgetreten. In Deutschland ist der Christentum, wer war von euch letztens in der Kirche? Bestimmt gar keiner. Ich zum Beispiel, obwohl ich gar kein Christen mehr bin, ich bin Atheist, aber ich zum Beispiel. Ganz kurz, wenn du aber in andere christliche Länder fährst und dort über den Christentum schlecht redest, dann bist du sehr wohl angefeindet, wenn du dort irgendwelche falschen Sachen verbreitest. Und nochmal dazu, zu dem Thema, dass sich der Islam mit Kriegen weiterverbreitet hat. Sagen wir mal bitte, wer hat den Ersten Weltkrieg angefangen? Wer hat den Zweiten Weltkrieg angefangen? Warte, ich erkläre dir nochmal was. Wer hat 20 Millionen Afrikaner umgebracht? Das war der König Leopold II. 1870. Hey, ihr drei trifftet mir zu weit ab. Ja, aber warte, Politiker. So kann man nicht reden. Politiker, ich muss ihn kurz stummen. Ich antworte dir jetzt darauf, Politiker. Ich antworte, was du gesagt hast. Also, du redest vom Ersten, Zweiten Weltkrieg. Den Ersten Weltkrieg, die Deutschen. Den Zweiten Weltkrieg, die Nationalsozialisten. Die Nationalsozialisten haben den Zweiten Weltkrieg angefangen. Aber, sag mir bitte, was National... Hallo, ich rede gerade, du in... So, Nationalsozialisten haben den Zweiten Weltkrieg angefangen. So, sag mir bitte, was Nationalsozialismus mit dem Christentum zu tun hat. Nichts. Die können ihre Taten nicht rechtfertigen mit der Bibel oder mit dem Christentum. Das ist der große Unterschied zu vielen islamischen Eroberungszügen, die den Krieg mit dem Koran und der Scharia gerechtfertigt haben. Also, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ist völliger Blödsinn. Die Nationalsozialisten haben den Zweiten Weltkrieg angefangen und haben die Juden umgebracht. Aber die haben das nicht auf Grundlage von christlichen Glauben gemacht. Das ist völliger Quatsch. Auch wenn viele von den Christen waren. Politiker, wir haben darüber doch jetzt schon so oft geredet, Politiker. Wir haben darüber jetzt so oft geredet. Am Ende geht es ganz einfach darum. Guck mal, Politiker. Wir haben darüber jetzt wirklich so oft geredet. Am Ende geht es ganz einfach darum. Niemand verurteilt den Moslem. Niemand verurteilt den Islam. Es geht in der Verurteilung, wenn dann überhaupt, nur um die radikale Form. Die radikale Form, die dafür sorgt, dass wir hier untereinander Probleme haben. Ich habe dir das auch versucht zu erklären mit der Aussage von Helmut Schmidt. Es ist einfach an dem, dass die unterschiedlichen Glaubensformen, die unterschiedlichen Ausrichtungen des Glaubens und der Lebenseinstellungen selbst dafür sorgen, dass diese beiden, sprich der Radikale und der Christ selbst, dass diese beiden Formen nicht aufeinander passen. Das führt zwangsläufig zu Problemen. Wenn ich hier jemanden habe, ich habe, wenn, wenn ich hier, oh bitte lass mich ausreden, Mädel. Ohne Scheiß. Kollege, du hörst ja nicht auf zu reden, Mensch. Lass uns auch mal schnacken hier. Ich habe die ganze Zeit die Backen gehalten. Was wollt ihr eigentlich, Alter? Jetzt mal ohne Scheiß. Es ist noch nicht mal möglich, vernünftig etwas auszuführen. Eine solch große Thematik. Glaubst du, dass du die mit drei Worten hinkriegst? Ich könnte auch sagen, bitte vertragt euch. Okay, 500 Worte, 1000 Worte. Das reicht ja auch nicht für dich, du. Du hörst nicht auf zu reden, Kollege. Hier sind noch andere Leute. So, warte mal, Löwenherz. Löwenherz, weißt du was? Jetzt mache ich mal folgendes. Jetzt zeige ich mal, wie das hier funktioniert. Und ich hoffe, dass ich das auch darf, weil das hast du mir ja eingeräumt, dieses Recht. Kass auf, du kleiner Eierkopp. Wenn du mich noch einmal unterbrichst, noch einmal auch nur einen blöden Satz in meine Richtung sagst oder irgendetwas anderes dich an meine Person stört, dann passt du nicht in diese Unterhaltung. Entweder redest du über die Thematik oder du lässt es. Wenn du das noch einmal machst, schmeiß ich dich höchstpersönlich raus hier. Glatzi, sei mal ruhig. Lässt du auch mal jemand anders reden? So, du hast es nicht verstanden. Jetzt wirst du sehen, was passiert. Oh Gott, Gott sei Dank, der versteht auch. Löwenherz, darf ich dich mal fragen? Löwenherz, Alter, ich habe die Blockierfunktion nicht. Oh, Entschuldigung. Ey, warte. Rolik, du hast mir gesagt, in einem Live-Eing soll ich dir die nicht geben oder ich soll dir den Moderator nicht geben, weil das schlecht für mein Live ist. Kannst du dich doch sagen? Na ab, diese Frage, und die betrifft es. Du bist nach oben. Okay, du Ausnahme. Hast fertig? Moment. Rolik, warte, aber gib ihm noch eine Chance. Ich gebe sie dir jetzt. Ich gebe sie dir jetzt. Darf ich die Frage herstellen, dann bin ich raus. Jessica, du stellst die ganze Zeit Fragen. Ich komme gleich zu den Fragen. Lass Jessica kurz antworten. Ist euch bewusst, dass eine der ältesten Kirchen zerstört war in Palästina? Ist euch das bewusst? Ist euch auch bewusst? Und ich habe heute auch vom 30 Mal drüber geredet. Und ist euch bewusst, wer dort in der Situation hand in hand steht? Ja, also, und? Die sind hand in hand. Ich weiß, aber wir, hallo, hört doch mal zu. Keiner von uns rechtfertigt das. Hörst doch mal zu. Wir sind doch entschieden dagegen. Ja. Und wir Christen verachten, stehen nicht für Hass. Es heißt, segnet die, die euch verfolgen. Das ist ganz einfach. Betet für eure Feinde. Aber momentan steht hier jemand, die er tötet hat. Aber es ist keine Rechtfertigung, trotzdem jemanden zu hatzen. Wenn Jesus uns vorgibt, die, guck mal. Johnny, ganz kurz, ganz kurz. Ey, wer hat die Kirche zerstört? Hallo, Leute, ich muss auf einen Kommentar eingehen. Also, Rörig, hier hat jemand geschrieben. Rörig, hörst du mich? Rörig hört nicht, Moment. Ich hab's auch gelesen, Löwenherz. Ich hab's auch gelesen. Ja. Rörig, hörst du mich? Kannst du sagen? Hier hat jemand geschrieben, wer Rörig Modi gibt, ist ein Kuh-Sohn. Herzlichen Glückwunsch, Staffel. Damit bist du der erste Gesperrte, den ich heute sperre. Herzlichen Glückwunsch und auf Wiedersehen. Willkommen auf Blockhausen. Jetzt darf ich mal bitte eine Frage stellen. Also, ich sag jetzt mal so, wenn man nach der Scharia leben möchte, was hat man in so einem Land wie Deutschland zu suchen? Das würde ich gerne eher einfach mal wissen. Ja, das ist eine gute Frage. Eine berechtigte Frage sogar. Sehr gut. Nämlich gar nichts, weil die Scharia mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Absolut nicht. Und vor allem, das ist ja so, als wenn ich sage, ich bin hetero und gehe auf eine Gay-Party und will da Spaß haben. Ja, stopp. Darf ich dir mal einen Schopf fallen? Das ist schon witzig. Das ist auch was, was nicht ganz schön ist. So, jetzt hast du dir wieder ein paar Pluspunkte, Hamster, das darfst du wieder ein bisschen biefen. Und zwar, ganz kurz, ganz kurz, lass doch mal die Gästigkeit zu Wort kommen. Das ist schon im Islam verboten, aber es sind Menschen und diese Menschen haben einen Wert wie jeder Mensch auf der Welt. Absolut. Naja, also, Jessica, Jessica. Darf ich jetzt mal fernstellen, wenn du fährst das Schadenswort? Ja, aber man muss sich ja auch irgendwie dem Land anpassen. Ich meine, ich gehe nicht in die Türkei und will mich tief geboren. Ja, warum halt? Ich bin deutsch. Ich bin in Deutschland geboren. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt anders schleppe wie vorher. Okay, Jessica. Ja, Jessica, Kommentararme, ganz kurz. Das Problem ist, ich weiß, es ist anstrengend, auch wenn ich euch zwischendurch unterbreche, aber wenn zum Beispiel, wenn Jessica auch etwas sagt und wenn egal, jemand etwas sagt, dann muss man quasi auch, müssen wir die Möglichkeit haben, ganz kurz eine Kurzintervention darauf einzugehen, weil sonst kommen wir, vergessen wir hinterher, wenn zu viele Punkte, du hast gesagt, dass Homosexualität, Lesben, das ist im Islam verboten, ist, da hast du recht. Und du hast gesagt, das sind auch nur Menschen, bin ich vollkommen deiner Meinung. Darf ich da nochmal was sagen? Aber, hallo, du hast nur Menschen, das ist vollkommen richtig, jeder soll leben, wie er will. Aber, das Problem ist, wenn du das kennen würdest, wüsstest du, dass laut der Scharia Schwule und Lesben getötet und vom Berg geschmissen werden dürfen. Sie wurden im Iran an Bauchrägen aufgehangen. Das ist im Islam eine Todsünde. Du wirst, wenn du den Islam richtig aushebst, wirst du dafür umgebracht. Und wenn du es machst, dann bist du weg vom Fenster. Genau, das ist. Ja, das ist natürlich, weil er ein Gottesstaat ist. Ja, aber das ist natürlich nicht schön und das wollen wir natürlich in Deutschland nicht haben. Das hat nichts mit Propagandist zu tun. Wer schreibt dir sonst ein Propagandist? Ich sag doch einfach, das kommt doch nicht von mir. Ich klicke mir das doch nicht aus. Ganz kurz, Leute. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, nein, Politiker, warte mal ganz kurz, darauf möchte ich bitte eingehen. Und das ist mir gerade höchstpersonlich sehr, sehr wichtig. Folgendermaßen, wenn du sagst, das ist auch richtig so, jetzt mal ganz ehrlich, du kommst hier gleichzeitig die ganze Zeit mit Menschlichkeit um die Ecke. Die ganze Zeit erzählst du, dass man das ja auch aus der menschlichen Ebene sehen soll. Und dann gibt es da welche, die zum Beispiel halt sexuell einfach anders ausgerichtet sind. Die sich da auf Deutschlands Straßen, da küssen, sich an dem Hintern fassen oder irgendwas anderes dergleichen. Diese Leute sollten also auf deiner menschlichen Ebene bestraft werden. Hallo, hallo, hallo. Das ist laut dem Staat so, nicht laut mir. Du verstehst das gar nicht. Ganz ehrlich, du denkst so leer. Sag mal, ist dir eigentlich bewusst, wenn du die Scharia möchtest und die da befürwortest, dass du als Frau hier in Deutschland, wenn sie dann da gibt, du als Frau nur eine halbe Stimme hast, dass du nur halb so viel wert bist wie ein Mann? Ganz genau. Und dann wärst du, dann wärst, hallo, dann dürftest du kein Kopftuch tragen, dann müsstest du eine Burka tragen. Du dürftest hier nicht mal mit uns reden hier. Nee, 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 ich lebe nicht, ich weiß ja nicht, welche Muslime du befolgst oder welche du meinst. Und jetzt sind wir wieder in der Thematik, welche Muslime befolgen wir. Jetzt sind wir wieder da. Hätte ich das Recht? Du bist einfach unwissend. Also, komm mal. Es gibt Muslime, wo ich studiere, da wo die Frau in Jessica und Sandra, danke dir. Ganz kurz, komm mal, ich weiß nicht, ihr wisst ja, wie viele Muslime es auf dieser Welt gibt und ihr wisst ja, wie viele muslimische Länder es gibt. Es gibt nur ein oder zwei oder höchstens drei muslimische Länder, wo die Scharia wirklich durchgezogen wird, ja. Und alle anderen Länder, zum Beispiel die Türkei ist ein muslimisches Land, herrscht durch die Scharia. So, Politiker, ich kann mir das nicht mal anhören. So, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Politiker, folgendermaßen. Was müssen die Muslime, wenn sie die Mehrheit in einem Land darstellen, was müssen sie fordern? Ja, aber wir haben in Deutschland 6 Prozent, die müssen das nicht fordern, das ist... Stopp, 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 da liegst du schon mal ganz falsch. Oh Gott. Wenn du als Muslim in ein Tremsland gehst... Oh Gott. Die Partei führt dann die Scharia ein. Und dann ist es an denen... Wer hat es gefordert? Okay, okay, ganz kurz, Roy. Wer das dann ist demokratisch? Es gibt die Muslime, die sich aufgeregt sind deswegen. Demokratisch wird dann die Demokratie abgeschafft. Wenn die Scharia eingeführt wird, ist das mit dem Grundgesetz hier in Deutschland nicht vereinbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn der Alte seinen Typen bescheißt, dann ist das vielleicht verwerflich anzusehen. Für sie als Person. Aber niemand hat das Recht, sie dann zum Beispiel zu steinigen oder mit 80 bis 100 Peitschnieben zu bestrafen. Ja, genau so wie wenn Kinder misshandelt wären oder wie wenn Leute auf *** passiert, nichts in Deutschland. Deine Schraubwissenheit ist unerträglich. Deine Naivität ist des Ganzen nur noch eine Steigerung. Und das ist eben der Punkt. Andere Länder, andere Sitten. Wir leben hier in Deutschland. Wir sind ein christlich geprägtes Land. Wir leben nach dem Grundgesetz. Und die Scharia hat nicht über dem Grundgesetz zu stehen. Roy, ganz kurz, Roy, ganz kurz. Guck mal, du musst dir vorstellen... Ich brauch mir da gar nicht vorstellen, weil der Punkt ist, das ist indiskutabel. Roy, Roy, er redet ruhig mit dir, Roy. Alles gut. Du musst dir das so vorstellen, du sagst ja, ja, steinigen hin und her. Aber überleg mal, wenn du jetzt schaust nach den Gesetzen in Deutschland, ist es ja so, dass man Waffen verkauft in andere Länder. Mit diesen Waffen sterben sau viele Leute. Wieso sagt man... Also rechtfertigen wir den Tod eines Einzelnen mit dem Tod von vielen oder was? Roy, ganz kurz, Roy, du hast gerade 8 Euro bekommen. Dann musst du dich auch bedanken zwischendurch. Dann kriegst du noch mehr. Ich wollte es so sagen. Ich weiß nicht von wem. Ich sag danke, danke dafür. Aber ich kriege hier gleich ganz ehrlich, das ist jetzt gerade in diesem Moment mir eigentlich ehrlich gesagt sogar egal. Weil es mir um die Sache geht. Und die Sache sieht ganz einfach so aus. Wir sind ein christlich geprägtes Land. Wir haben unsere Kultur. Die Leute, die hierher gekommen sind, sind hierher gekommen. Weil wir so nach diesem Prinzip leben, wie wir leben. Und diese Scheiße macht uns es kaputt. Ganz einfach. Wir haben ein Grundgesetz, danach leben wir. Und wer die Scharia will, ist für mich untragbar. Das heißt aber nicht, dass ich in Deutschland sie auslebe. Die Scharia will in Deutschland total schon ausgenehmt. Die grüne Politik ist sogar am Prüfen, ob Teile der Scharia mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass die Scharia nicht in Teilen geben kann. Es kann sie nur ganz geben. Roy, Scharina wird nicht in Deutschland eingeführt. Wer wieso hat Friedensrichter hier in Deutschland das Recht, Recht zu sprechen? Mit welchem Recht? Roy, Scharina wird nicht eingeführt in Deutschland. Scharina gibt es in Deutschland nicht. Wir haben 6% Muslime in diesem Land. Politiker, was glaubst du, wenn die Zahl der Muslime auf 80% steigt? Was denkst du denn, was dann passieren wird? Dann versuchen die Leute, die Scharia... Nein, es kommt nichts drauf an, Mann. Sei doch nicht so naiv. Und lass mich das mal ausreden. Es kommt drauf an, was... Mann, sei ruhig. Du kannst doch nachreden. Jeder Moslem ist anders. Ja, ist doch jetzt egal. Gott, sei doch die Frau mit Scheiß aus dem Hals, Alter. Ganz und gar nicht egal. Jetzt hör doch mal zu einfach. Wenn die Anzahl an Muslimen über die Anzahl an Ungläubigen oder Christen oder Juden oder Buddhisten steigt, dann wird es dazu kommen, dass darüber nachgedacht wird, die Scharia einzuführen. Das siehst du in Muslimen... Das siehst du einfach in islamischen Ländern, dass das so passiert. Wenn die Muslime danach... Du kannst danach reden, okay? Ich hör euch die ganze Zeit nur, und ihr redet die ganze Zeit nur über Krieg. Euch Deutsche, es ist doch Israel sowas von scheitegal. Ihr verteidigt nur Israel, weil ihr die Juden nicht in euer Land haben wollt. Das ist ja euer einziges Problem. Ihr habt Angst, ihr habt Angst, ihr habt Angst für eure eigene Existenz. Ali, ich möchte dir was dazu sagen. Ali, darf ich dir antworten? Ali, darf ich dir bitte darauf antworten? Ali, ich antworte dir darauf. Weißt du, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe lieber, lieber, wirklich... Ich bin auch nicht jeden Moslem, dein Freund, will ich auch gar nicht sein. Ich habe auch viele christliche Freunde, aber euch geht es nur um Öl. Und Ressourcen muslimischer Länder zu klauen, weil eure Ressourcen ausgehen. Ganz einfach. Ali, wenn mir so einer dazwischenkant ist, dann hau ich dich raus. Lass den Host ausreden, Alter. Jetzt muss ich für den Host schon das Wort ergreifen. Ali, guck mal, du hast doch eine Sache gesagt. Ich bin jetzt ruhig. Wir wollen keine, wir wollen keine, sagst du, wir wollen keine Juden hier haben. Ich sage dir ganz ehrlich, ich rede jetzt nur von meiner persönlichen Meinung. Genau, weil ihr Angst habt vor den Juden. Ihr habt sie schon mal auf eurem Land vertreten. So, Stundheit. Ali, bitte. Also, ich habe lieber 1,7, 2, 3 Millionen Juden hier im Land als radikale Moslems, die auf den Straßen andere Leute angreifen, unsere Polizisten angreifen unsere Grundrechte missachten, hier komplett Terror machen. Ich habe lieber friedliche Menschen hier im Land und wir können mit denen super zusammenleben. Ich habe in meiner ganzen Zeit, ich bin jetzt 30 Jahre alt, in meinen 30 Jahren hatte ich noch nie ein einziges Problem mit einem einzigen Juden, aber hatte schon hunderte Probleme mit hunderten radikalen Moslems. Also habe ich lieber ganz, ganz viele Juden hier im Land als viele radikale Moslems. Also, was erzählt ihr? Wie hat sich dieses Problem geäußert? Meinst du jetzt mit den Moslems? Wie hat sich dieses Problem geäußert? Meinst du mit den Moslems? Erklär mir das bitte. Ja, kann ich dir erklären. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wie hast du dich getroffen als erstes? Ja, du lässt mich ja nicht aus, ich will dir ja antworten, aber das ist ja, ich antworte dir. Also, guck mal, ich bin ursprünglich, komme ich quasi aus der Dortmunder Nordstadt, so aus der Nähe. Und ich bin da aufgewachsen und groß geworden und das Problem ist, es bilden sich Parallelgesellschaften. Wenn du abends durch den Park gehst, generell, wir hatten so viele Konfrontationen, wo null Respekt herrscht. Ich habe es gesehen, dass junge Muslime kein Respekt vor älteren deutschen Menschen haben, dass sie die anspucken. Ich habe gesehen, wie junge Muslime ältere deutschen Menschen schlagen, weil die irgendwas gesagt haben.